Und dann gucken wir wegen dem Sonnentänzer auf der Ali-Seite. Der war in letzter Zeit allerdings so, ich sag mal, wenig besucht, also verhältnismäßig, dass wir mal gucken müssen, wie wir mit dem dann letztendlich weitermachen. Denn wir haben ja eigentlich gesagt, wir machen nochmal so lange auf beiden Fraktionsseiten, bis wir so eine richtig fette Dropwelle bekommen. Wenn es sich jetzt allerdings so relativiert, dass viele aufgrund von TBC-Hype, Flautenphase oder ich hab das Mount halt schon eben nicht mehr kommen, was natürlich kein Problem ist, lohnt es sich natürlich nicht, diesem Vorsatz hinterher zu jagen, weil der kann dann in diesem Rahmen nicht mehr erfüllt werden. Und da werden wir einfach einen Plan machen, so dass sich das dann für alle oder einfach mehr Leute immer in einem größeren Rahmen noch lohnt. Vermutlich, weil du Frauchen jetzt im Haus hast und jeden Tag bebacken wirst. Das könnte sein, ja. Daran könnte das durchaus auch liegen. Denkbar, denkbar. Christa, Fleischer, Hallöchen. Grüße euch. Ich habe heute auch wieder schön Iron Man Challenge aufgenommen. Ich bin jetzt mittlerweile Richtung Drachenöde unterwegs und oh boy, diese Gebietswechsel. Wenn ich da einen falschen Schritt mache, weil ich mich noch nicht eingespielt habe mit den neuen Mobs und Mechaniken, dann fällst du um. Ja, falls ihr den heutigen TBC-Part gesehen habt auf YouTube, Patrouillen und Co. und irgendwelche Mobs, die noch ein paar Level weiter von einem weg sind, das war ja in Klassiken, TBC wie auch Vodka eine Riesensache. Dann hat das gefühlt ein bisschen abgenommen, beziehungsweise wir haben dann Erbstücke und so gehabt. Das hat ja auch so ein bisschen die Wahrnehmung verschoben. Aber Junge, ich habe geschwitzt in der Öde. Da war es gar nicht so öde. Das war eher die Drachenspannung. So sieht das nämlich aus. Belastend. Gyros, Kalle, Gloria, Hallöchen. Ey, nee, Iron Man Challenge. Nicht spoilern, muss noch zwei Folgen schauen. Ja, gut. Also in die Drachenöle geht es, ne? Das ist so der Weg. Ich hoffe, das war nicht zu viel gespoilert. Vielleicht sterbe ich ja auf dem Weg. Ja, vielleicht bin ich ja noch gar nicht da. Wann kommt Darkest Dungeon wieder? Ist auch aufgenommen. Ist auch aufgenommen, müsste jetzt die Tage ebenfalls kommen. Aber da bin ich ein bisschen reservierter mit dem Aufnehmen, weil wir denn nur noch so richtig lange Kack-Dungeons haben. Na, da brauche ich schön Luft nach hinten. Da brauche ich auch Luft zum Atmen, ne? Weil wenn ich an Uldaman und Schwarzfels und so ein Kram denke, oh, 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 aber muss ich durch. Ja, kommt jetzt auch die Tage bestimmt wieder ein bisschen häufiger. Kleinfinger, Hallöchen. Grüße. Der Plan heute, ja, an Turbos. Also erst mal ein bisschen World Boss und Tänzer, ne? Und dann, wir haben keinen Wunsch-Raid. Darum Doppelrunde an Torus auf jeden Fall. Jerizal, Würfelparade. Hallöchen. Vault-Kick-Craft, spoilern geht gar nicht. Ja, ehrlich, oder? YouTube-Videos gucken in 2021 sowieso gigantisches Omega-Lull, ja? Und dann spoilert der die Folgen. Dann sagt der doch wirklich, in welcher Zone der ist. Also da würde ich das auch selber nicht mal mehr aufnehmen, Woldi, weißt du? So sieht das dann aus. Riccardo, moin, Dankeschön. Danke, danke. Guti, wir müssen Fahrstuhl fahren, wir können immer noch nicht fliegen. Leute, es ist irgendwie ganz komisch. 9-1 ist immer noch nicht da. Ich weiß nicht, was das soll. Aber damit müssen wir leben, ne? Das ist jetzt einfach die Situation, ne? Nocturne, Xiru, hi. Und 23 Monate, ey. Zwei Jahre fast, Xiru, ne? Wilde Zeiten. Und so eine schöne Eins. Hast du auch noch vom Namen. Ich danke dir. Vom Shearing, ne? Von Assassin's Creed. Danke, danke. Auch an Chloa, ne? Wo wir gerade vom Shearing sprechen. So muss das sein. Wo reitet er denn lang? Ach, so eine Kiste aktiv, so eine dicke. Ah, können wir die leachen? Und bringt mir das was auf einem Guffelhunter? Ich weiß nicht, mal sehen. Oh, der hat die einfach in Winterschlaf gepackt. Oh, boy. Der ist sehr cool drauf. Yo, der hat genauso beschissenes Gier wie ich. Und arbeitet hier mit CC, um an die Kiste zu kommen. Yo, was ein geiler Typ. Das war mal wieder Timing. Sehr schön. Aber vielleicht lügt er ja auch und geht einfach in eine andere Zone der Miese. Jetzt muss man es sehen, ob es stimmt. Das ist wahr, Boydi. Vielleicht verarsche ich euch, ne? Und dann gehe ich erst ins Scholasarbecken und dann fragen sich alle, hä, meinte er nicht, er geht in die Drachenüde? Wie weit hat der schon vorproduziert, ne? Oder hat der einfach gelogen? Oh, so viele Fragen. Du hast recht. Antiwerbung ist manchmal eben doch letztendlich Werbung, ne? Zum Thema Kuchen. Hab ein Arbeitskollegen, der jeden Tag morgens Kuchen isst. Auf meine Frage, ob der immer selbst gebacken ist, kam die Antwort türlich. Jedes Mal, wenn sich meine Frau über mich ärgert, backt sie was. Geiler Typ. Sehr gut. Ich glaube ihm das sogar. Das hat zumindest System in der Beziehung. Und das ist doch auch schon mal von Vorteil, oder? Da weiß man auch, wie man sich wann wie wo auf den anderen verlassen kann. Wunderbar. Jetzt hätte ich gerne eine super tolle World-Boss-Gruppe. Wieder eine, wo ich reinkomme und der Boss ist schon auf 40%. Sieht schlecht aus. Und was ist mit denen hier? Bin ich hier in irgendein ERP-Event reingestolpert, oder was? Ach süß. Die beiden Elfen. Ich habe so eine Theorie. Ich glaube, ich weiß, wer von beiden der Kerl ist. Aber ich verrate sie nicht. Nein, darf ich nicht teilen, diese Idee. Gut. Wir listen uns mal. Und es konnten leider den Boss nicht überlisten. Denn der sitzt da immer noch. Na gut. Ich mache eh keinen Schaden. Ich stehe hinten und wehr so ein paar Bomben rein und hoffe, dass ich nicht qualvoll verrecke. Das ist meine Aufgabe hier bei diesem Boss. Biobricks sei. Also ich backe nicht, wenn Menne mich ärgert. Nur wenn er was gut gemacht hat oder zum Geburtstag halt. Ja, das ist dann so umgekehrte Psychologie, ne? Das funktioniert dann auch. Wobei, eigentlich ist das andere ja umgekehrte Psychologie. Aber irgendwie auch nicht, weil es ist ja eine Belohnung oder... Ach, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich sage es mal so, Hauptsache es schmeckt. Und dann ist es auch ganz egal. Warum und nicht und wieso überhaupt, ne? Es ist eine Sache von geben und nehmen, solange ich den Kuchen nehme. Ja, so sieht es aus. Man gibt den Zorn und nimmt den Kuchen. Das ist doch genau das Rezept, auf das wir alle Bock haben. Ihr müsstet, glaube ich, bei dem Boss ein bisschen aufpassen. Zum einen, komplett krank. Man muss ja an ihm dran stehen, sonst kriegt man diesen Steinhagel von Onyx um ihn rum ab. Und der macht, glaube ich, auch so einen Smash nach vorne, ne? Das heißt, wir müssen schon so ein kleines bisschen aufpassen, wie wir stehen. Nur so ein ganz, ganz kleines bisschen. Stell mal vor, neuen Jahresabzeichen für Leute, die Darksiders 1 Let's Play geschaut haben, meinst du? Ey, Darksiders 1 Let's Play. Boy, das waren auch wilde Zeiten. Da war ich noch nicht mal 18. Also gut, ich war bei vielen meiner alten Videos noch nicht 18. Aber das weiß ich noch, weil Darksiders habe ich noch als Spiel bestellt. Ne, da hatte ich die Hülle in der Hand. Und das konnte ich dann nicht annehmen, weil das ab 18 war und nur ich war zu Hause. Dann habe ich schon alles eingestellt. Ne, heute kommt Darksiders. Ich habe die Mail bekommen von DAL, von der Post. Und dann kam die Post dann da und meinte, kann ich ihn nicht geben. Ja, wie jetzt? Ja, es ist ab 18. Sie sind nicht 18. Dankeschön. Und dann musste ich noch mal warten, bis Mutti dann von der Post mein Spiel abgeholt hat. Und dann konnte ich es endlich Let's Playen mit schwarzem Rand, Rauschemikro und 3 Stunden Upload-Time für eine 12-Minuten-Folge. Oh ja, wilde Zeiten damals. Sehr wilde Zeiten. Craft, hast du eine Idee, wie lange die bisher erschienenen Geschichten auf der Nachteule in Wörtern und Seiten waren? Ich habe das Skript meiner Geschichte fertig, aber ich habe das Gefühl, sie ist zu lang. Das waren jetzt in der Regel so 4 bis 5 Seiten tatsächlich in der Standardschrift. Frag mich nicht, was da jetzt die Standardschrift ist, aber ganz normal. Nicht besonders klein oder groß war alles so in den gängigen Mittelwerten und dann so 4 bis 5 Seiten. Aber auch da gab es ja große, große Variationen. Eine Folge war ja irgendwie 7 Minuten lang. Ey, Loot vom World Boss. Sie rast so aus. Einer war irgendwie 12, einer war glaube ich fast 20. Also auch da gibt es nochmal ein bisschen Variationen. Und solange ihr selber das Gefühl habt, okay, es ist eine coole Story und das passt irgendwie in diesen Rahmen, dann schickt das gerne rüber. Wir hatten aber auch schon einige, die eine deutlich, also wirklich deutlich längere Geschichte hatten und die trotzdem geschickt haben. Weil ich habe ja gesagt, schickt rüber. Ja, ich kann sowieso nicht versprechen, dass ich alles schaffe, wie bei den Kommentaries, ne, auf dem WoW-Kanal jetzt oder auf dem Gaming-Kanal. Und wenn ihr sagt, das ist eine tolle Story, die möchte ich gerne teilen, ich möchte das versuchen, dann kann ich das ja auch immer noch in 2, 3 Parts aufteilen oder so, ja. Und das kann man sich auch ein bisschen zurechtpasteln. Aber klar, am allereinfachsten ist es dann, wenn es von vornherein in die bisherigen Formate passt. Aber das ist nicht unbedingt jetzt die Obernorm, damit es überhaupt funktioniert. Meppo, hallöchen. Ich sage nur Mage LP. Auch schon eine ganze Weile her, absolut. Gut, das war die Runde mit meiner Vorgendame. Dann drehen wir noch einen mit dem Hexer. Der braucht auch noch Loot. Und dann geht es zum Tänzer. Mysterioso, Crackbite, hallöchen. Grüße euch, grüße euch. Und ich muss mal gerade gucken, ist das mit dem Sound okay? Ja, ich habe vorhin nämlich ein bisschen rumgespielt, aber ich glaube, das sieht alles in Ordnung aus. Dann würde ich bald meine Geschichte erreichen. Ja, ich freue mich. Super, super gern. Und ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was ich bisher bekommen habe. Es sind die unterschiedlichsten Geschichten. Ja, ich hatte ja jetzt eine schöne Kooperation mit dem guten Max, mit dem Max Warun, von dem die letzten Storys waren. Der hat ja auch verschiedene Bücher schon released oder die jetzt anstehen. Das war eine ganz spannende Sache. Die haben auch immer super reingepasst, weswegen ich die Storys jetzt auch überwiegend bevorzugt habe. Aber wir hatten ja jetzt auch eine Witcher-Story. Wir haben tatsächlich auch eine Story bekommen von einer freien Autorin. Viele wollen immer gar nicht so genannt werden. Bei einer freien Autorin, die eine Geschichte eben für Kinder geschrieben hat und so. Und da freue ich mich sehr drüber, weil da kann ich ja am meisten variieren, am meisten üben. Wir hatten jetzt Geschichten, die waren sehr niedlich mit den Hortlingen. Wir hatten Geschichten, die waren sehr düster. Wir hatten Geschichten aus der Ich-Perspektive. Und das ist genau das, was ich auch wollte, damit ich am meisten variieren kann. Weil das ist ja auch für mich immer irgendwie eine Übung, eine Möglichkeit da, sich auszuprobieren. Und wenn ich dann zufrieden bin, wenn ihr zufrieden seid und wenn dann die Zuhörer auch noch sagen, ey, finde ich geil, ja, dann ist es so eine super Sache. Heute mal relativ pünktlich. Zoe, Hallöchen. Übermütete Zoe ist da. Wie geht's euch, wunderschönen Menschen? Ja, alles gut soweit. Bisschen warm, bisschen viele Pollen, aber sonst alles fresh. Möchte gern auch mal an dieser Stelle auf den großartigen Comic aufmerksam machen, den Zoe gezeichnet hat. Zu finden auf Twitter, zu finden auch auf Insta in meiner Story. Wer den also noch nicht gesehen hat, wir haben einen kleinen, ja, Crafts Army Community Stream Comic bekommen. So nenne ich es einfach mal. Absolut großartig. Ja, wer häufiger hier am Start ist oder auch nur mal da war, wo wir ein Giveaway hatten oder, oder, oder. Der wird, denke ich, ganz viel Spaß damit haben. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal bei, genau, vorbei, nicht nur bei. Schaut da gerne mal vorbei. Checkt mal Zoe's Profil aus. Also großartige Sachen. Muneo Schmelke, Hallöchen. Grüße. Für mich könntest du der kleine Hobbit und der Herr der Ringe einlesen. Du, wenn du die Rechtslage klärst, dann wäre ich da vermutlich sogar dabei. Aber ansonsten war das, glaube ich, ein bisschen kritisch. Und ich habe mit dem Hexer nicht mal die Flugpunkte da oben. Dann werde ich wohl mal ein bisschen reiten dürfen. Aber gut, so weit weg ist es ja auch nicht. Was hat mein Hexer an Gier? Ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir werden den Weg schon irgendwie hinbekommen. Bilde ich mir zumindest ein. Der Comic war super, ne? War geil. Absolut. Was? Rechte? Wer braucht denn sowas? Ja, ganz egal. Oder Urheberrecht, du. Ich habe nicht mal eine Uhr. Und selbst wenn, würde die mir nicht runterfallen. Was soll ich mit so einem Urheberrecht? Das ist mir Jacke wie Hose. Ja, sollte man aufpassen. Absolut. Ich habe auch sehr, sehr viele schöne Anfragen bekommen tatsächlich zu. Harry Potter und so weiter und so fort. Aber, naja. Das ist an sich eine große Ehre, dass jemand mir zutraut, solche Sachen wirklich in eine ordentliche Tonform zu gießen. Aber rein rechtlich, hmmm, hmmm, belassend. Heute in BC was erlebt, waren Zulfarak, oh warte, wo ist er hin? Ach, Kloa hat gerade nochmal, ja, die Twitter-Geschichte geteilt. Schaut da super gern mal rein. Heute in BC was erlebt, waren Zulfarak und am Ende fiel uns auf, dass keiner den Hammer hat, um den Special-Boss zu rufen. Da brauchte man noch den Hammer für den Gong, ne? Dass Gazrilla, diese große Hydra kommt, war das, glaube ich. Und ich hatte nur erwähnt, dass man auf Retail den Hammer ja nicht mehr braucht. Zum Glück kam direkt von einem die Antwort, sei ruhig, du Retail-Fo... Oh boy, ja, wilde Nummer, ne? Wilde Nummer, da haben wir, weil viele jetzt momentan TBC spielen. Also ich habe von Xyro heute früh auch irgendwie eine Story gelesen aus dem Augenwinkel, kurz vorm Einpennen. Und ja, klar, wenn viele Leute unterwegs sind, viele Leute spielen, dann häufen sich auch solche Geschichten. Weil sei ruhig, du Retail-Fo... Da muss ich ja fast schon nur drüber lachen. Oh boy. Zwei Fragen, wo mich beschäftigen. Was hast du gestern eigentlich am Schwarzmarkt gemacht und wann wird Herr Meier ein Meme-Star? Boah, zweiteres, hoffentlich bald. Und ersteres, ich gucke momentan, ob ich günstig auf die Container gambeln kann, weil ich einfach gut viel Gold gemacht habe in letzter Zeit über Ressourcen und Co. Und ich gern den Tiger hätte. Und vielleicht kann ich meinen Streamer-Lack ja auf so einen Container projizieren. Da wäre ich aber voll dabei. Ein schönes Pferdemount. Und ja, die Annis, sie haben verdammt viele Pferde, aber da sind auch ein paar schöne dabei, zum Glück. Das ist eine gute Sache. So, jetzt muss ich hier aber ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, ich ragge jetzt ganz schnell gegen. Weil ich weiß nicht, wie ich die Schelle von dem hier patrouillierenden Riesen aushalte. Das könnte sehr spannend werden. Ich wünschte, Tolkien wäre noch am Leben. Der hat damals noch Briefe von Lesern selbst beantwortet. Da wäre das mit der Rechtsfrage bestimmt sehr einfach geworden. Boah, das wäre geil. Oh boy, das wäre so geil. Wenn es dann so einfach ist. Das ist ja auch immer der Autor. Der kann das zwar verfügen, kommt aber auch darauf an, bei welchem Verlag der ist und so weiter und so fort. Ich habe mir das ja angeguckt bei den Märchen. Und Märchen sind eigentlich gemeinfrei. Nicht zuletzt, weil die Autoren, die Verfasser, die Publisher, die Verlege oder wie auch immer, weil die so und so lange inaktiv beziehungsweise tot sind. Und dann wird das ja so gemeinfrei. Man muss aber aufpassen, denn es gibt natürlich Verlege, die sich dann wieder Rechte an diesen und jenen Märchen sichern, weil die so und so umgeschrieben und modernisiert wurden. Sprich, die darfst du dann nicht einfach so nehmen, weil die Verlege sonst sagen, ja, pass auf, das ist ja zwar von Hans Christian Andersen oder von den Grimm-Brüdern, aber du, das ist eigentlich aus unserem Buch. Und darum du, du, du. Also das ist ein Durcheinander und ein Gewusel, bis ich tatsächlich dann dieses erste Märchen gefunden habe zu den Bremer Stadtmusikanten. Junge, da war ich auf Websites. Die gibt es eigentlich gar nicht. Es ist wirklich verrückt. Atheros, Ryo Saki, Hallöchen. Ich hatte mit deinem Lore-Talk mit Barlow angefangen, bin ungefähr bei Folge 28. Bis dahin schon mal eine ganz geile Nummer. Hat mega Spaß, sich das anzuhören. Das freut uns sehr zu hören. Dankeschön für das wunderbare Lob. The Prime, hi. Man, eine Frage an euch alle. Wie kann man einen niedrigstufigen Mob-Leben abziehen, ohne dass man ihn tötet? Alle Items ausziehen, nur mit automatischen Angriffen? Funds leider nicht. Hat von euch einer eine Idee? Ja, ich denke gerade an den Meister der Lehren von Netersturm zum Beispiel, wo man viele Mobs auf einen Lebenspunkt oder so runterballern musste. Oder auf 1%, 10%. Und du kannst natürlich dich ausziehen und am besten noch so einen Wiederbelebungs-Nachwirkungs-Buff holen. Das macht natürlich auch nochmal ein bisschen Schaden runter. Oder du holst dir ein Schaumstoff-Schwert. Das gibt es bei diesen Spielzeug-Verkäufern in, lass mich lügen, Dalaran, Orgrimmar, Sturmwind. Das hast du dann hier in deiner Spielzeugkiste. Und mit diesem Schaumstoff-Schwert, das ist extra dafür, machst du quasi schon Schaden, aber kannst damit nicht töten. Na, und das ist für solche Quests tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Sache oder eine ganz klare Empfehlung. Und wer da Probleme mit hat, der kann sich dieses Schwert holen und kann ich es hier einfach so benutzen. Ne, ich bräuchte schon ein Ziel. Und damit kannst du bei solchen Quests, bei solchen Erfolgen ein bisschen rumtricken. Ja, also das ist eine ganz, ganz klare Empfehlung. Bis jetzt wurde ich noch nicht dumm angemacht, wenn ich Retail erwähnt habe. Nicht, dass es mir irgendwas ausmachen würde, aber trotzdem. Ja, nur für die Gegenstatistik jetzt, sei das erwähnt. Arturo, Tauriel, hi. So, organisiert, benutzerdefiniert, LOHL, Freunde. Ob das auch bei dem Weltboss funktioniert? Ich weiß ja nicht. Oh damn, wir haben nicht eine Gruppe auf. Dann hätte ich jetzt auch wirklich Lull aufmachen können, oder? Was soll das denn? Seit 16 Minuten, hier ist keine Gruppe gerade auf. Was? Oh nein, weil der Kriegsmodus noch an hat, oder wie? Oh, come on. Wirklich? Jetzt vielleicht haben wir Glück und der wird ja gerade bekämpft. Maybe? Auch nicht. Hier ist kein Schwein, der ist tot. Der ist einfach dead. Oh, what? Oh no. Allianz, Ambosser mit Kriegsmodus vom Leveln. Nicht eine Gruppe. Soll ich es mal probieren? Ich hätte doch Gruppe Lull aufmachen sollen. Vielleicht wäre dann der ein oder andere von euch irgendwie mit reingekommen. Jetzt ist hier noch ein Druide. Ich glaube, das kann ich knicken. Ich glaube, da scheiße ich drauf und ich mache das lieber nachher nochmal in Ruhe, Leute. Bevor wir jetzt hier 20 Minuten eine Gruppe suchen. Ich bin da, ich habe den Flugpunkt drauf geschissen. Wir machen Sonnentänzer. Das ist ja geisteskrank. De-Abo, wenn Tiger droppt. Ja, dann deaboniere ich mich sogar selber. Ganz ehrlich. Ich knolle, Hallöchen. Grüße. Ich sehe schon kommen, er kauft eine Kiste und dann ist der verseuchte oder schwarze Protodrache drin. Das kann auch sein. Ja, und dann sad, kein Tiger. Ganz, ganz traurige Nummer. Einfach die Namen in Herr der Ringe ändern. Frodo und Gundolf mit Sam Schwarz Gamschi. Oh boy, Big Brain Time einfach. Ja, das wäre ein interessanter Versuch, um mal zu gucken, ob dann irgendwas passiert oder nicht. Oder doppelt und dreifach so schnell oder langsamer. Aber, naja, wenn dann was passiert, dann Aua. Dann glaube richtig Aua. Gut, wir wollen auf der Ali-Seite heute eine Runde drehen. Und ich hoffe, es droppen wieder ein paar Tenzer. Horden-Seite waren ja 5 beim letzten Mal. So wollen wir das haben. Das, was mir am Lore-Talk am wenigsten gefällt, ist die Tatsache, dass es irgendwann zu Ende ist. Kann mir aber vorstellen, dass Onkelchen bestimmt Bock hat, das weiterzuführen, wenn er wieder fit ist. Deswegen warte ich geduldig. Denke ich auch. Hat eben momentan überhaupt keine Priorität für uns. Und der gute Onkel, der hat ja auch ganz, ganz viele andere und tolle Projekte, wo er auch eine Menge Vorarbeit und Recherche und so weiter und sofort mit einfließt. Deswegen ist das kein Thema. Wir haben auch ewig nicht drüber gesprochen. Ab und zu mal über Twitter, wenn wer gefragt hat oder so. Ansonsten war unsere letzte Interaktion in dieser Richtung, glaube ich, zu Mass Effect. Wo er gefragt hat, wer hätte Bock auf Mass Effect Multiplayer? Und dann, aber let's go. Und wenn sich das irgendwann wieder ändert, denke ich, sind wir beide auf keinen Fall abgeneigt. Definitiv nicht. The Real Nuclear mit einer herrlichen Wochenendbombe. Fünf frische Abos direkt aus dem Ofen. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Dankeschön. Grüße dich. Mahagumea, hi. Was geht, was geht. Ich hoffe, ich komme in den T-Mog Run heute. Habe mit meiner Kriegerin einen T-Mog gebaut, wofür ich zwei Monate gefarmt habe. Yo, dann hoffe ich aber, dass du das schaffst. Ich drücke die Daumen. Sonntag ist immer gefährlich. Also Antorus ist ja so ein Raid. Oh, oh, oh. Da will gefühlt jeder immer noch fünfmal rein, weil es halt so viele Bonus-Items auch gibt. Das kann in der Tat sehr, sehr schwierig sein. Wie hat man damals den schwarzen Protodrachen bekommen? Das war Naxxramas. Naxxramas Erfolge. Und dann gab es ja auch solche Erfolge, irgendwie alle Bosse machen, ohne dass jemand stirbt und so ein Kram. Also das war relativ geisteskrank. Und deswegen haben sie das dann auch rausgenommen. Irgendwie so. Junge, das ist ja heute so abgekühlt. Ich musste mir glatt eine Hose anziehen. Echt abgekühlt. Ey, geil. Hoffentlich bei uns auch. Aber ich habe gelesen, bei uns am Montag 40 Grad. Yo, ich hoffe, das war irgendwie Fake News. Ganz ehrlich. 40 Grad am Montag. Ey, ich will Resident spielen. Da kann das doch nicht so warm werden. Ob ihr mich verarschen wollt, habe ich gefragt. Wie sehr freust du dich auf das neue Valhalla DLC, was dieses Jahr noch kommt? Mega. Also gestern, was ich gesehen habe, von Gearbox zu Borderlands, Tiny Tina gelöht und auch zu Valhalla. Richtig, richtig gut. Tolle Beiträge mit Einblicke hinter die Kulissen. Ja, mit Musik und so weiter. Das war ganz, ganz toll. Und auch, was es so zu sehen gab. Ich meine, vom Gameplay jetzt nicht so viel. Aber was sie da beschrieben haben, was wir an Teasern bekommen haben, ultra Bock einfach. Ja, Far Cry genauso. Ey, so geile Games. Ich will zocken, ja. Ich will einfach komplett zocken. So, ich brauche das alles jetzt. Aber am meisten brauche ich 9-1. Das ist am wichtigsten. Wie funktioniert das mit dem Schwarzmarkt-Aha? Ist das einfach nur wie ein anderes Auktionshaus? Läuft das nochmal anders? Es ist insofern anders, dass es von Blizzard betrieben wird. Also, da gewinnt dann kein Spieler das Gold oder so. Das ist quasi eine Maßnahme von Blizzard, um viel Gold auch aus der Spielerschaft zu nehmen. Was jetzt insgesamt eher so La La Club, würde ich sagen. Und da kannst du halt viele Items bekommen, die, ja, einzigartig oder nicht mehr erhältlich sind. Irgendwelche Mounts von Onyxia, von Arthas oder eben welche, die es nicht mehr gibt. Aus Classic oder so. Und, ja, da kann jeder dann drauf bieten, ne? Diese Auktion befeuern. Häufig gehen da Sachen fürs Gold Cap weg. Und da hast du dann eben wie jeder andere Zugriff drauf und kannst dich über diese seltenen Items freuen. T3-Sets zum Beispiel. Ja, auch sehr beliebte Sachen. Lohnt sich mal vorbeizuschauen. Aber wenn ihr jetzt nicht so viel Gold auf der hohen Kante habt, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich nach dem Besuch einfach nur heulen. Toll, Craft wird am Montag endlich Resi zocken. Und ich bin einfach nicht da. Nein, Kaino. Wieso? Wieso? Das ist wirklich sad. Oh, da hat Kaino alles gegeben, ne? Sogar das Game gesponsert und dann ist er nicht da. Das ist sad, ne? Dann muss mir jemand anders moralischen Beistand leisten. Sonst ist Kaino immer sofort da. Ja, sagt, Bruder, ich bin dabei. Ich habe dich. Und das fällt jetzt leider einfach aus. Ganz traurig. 9.1 kommt safe am 1. August. Oh, das ist so lange noch hin. Ich meine, wir wissen uns zu beschäftigen. Aber wäre es nicht schön, wenn wir trotzdem was Neues hätten? Ach, ich weine ein bisschen. Im August, Leute. Leider wichtiger Transport in der Arbeit kann ich nicht verschieben. Ja gut, das klingt in der Tat sehr wichtig. Da kommen wir dann leider nicht drum herum. Aber es wird ja hoffentlich nicht der letzte Stream sein. Und der erste ist bestimmt auch langweilig. Ja, ihr kommt doch sowieso. Ich bin doch schisser. Ich komme sowieso nicht weiter als drei Meter. Also so viel verpasst ihr bestimmt auch nicht. Das wird bestimmt nicht groß was werden. Lull, Schrömpel am Eskalieren. Wie heißt es zu den Zombies moralischen Beistand? Ja, das fürchte ich nämlich auch. Dass die meisten dann eher parteiisch sind auf Seiten der Gegner. Das ist häufiger so. Absolut. Danke, Craft. Das fand es super. Also bin ich meiner Zerkuh in greifbare Nähe gerückt. So wollen wir das haben. Wunderbar. Ich habe morgen Freie und Craft streamt nicht WoW oder Valhalla. Ja, das ist auch sad. Da sind wir wieder ganz woanders. Jo. Jo, was geht jetzt? The fuck? 19 sahnige und frisch gebackene Abos. Ihr habt keine Macht hier. Ich habe euch befohlen, Schrömpel seinen Stab abzunehmen. Keine Oh. 19 wunderbare Abos. Ich danke dir für deinen überragenden Support. Dankeschön, Dankeschön. Für alle Schwarzmarkt-Neulinge bedenkt bei den Random-Kisten bitte, dass ihr auch Gegenstände anderer Rüstungsklassen kriegen könnt und die Vorlage euch nicht gut geschrieben wird. Außerdem könnt ihr natürlich auch Dinge bekommen, die absolut nicht selten sind und daher Goldverschwendung. Lernt aus den Fehlern anderer. Kaufst dir so ein Kanister, wo alles drin sein kann für 200k und dann bist du Krieger und drin ist eine Magierhose. Das kann auch passieren. Ja, sehr, sehr belassend. Freunde, Dankeschön für diese wunderbaren Abos, Leute. Dankeschön, Dankeschön. Der Tänzer ist bei mir, das ist, denke ich, ein gutes Zeichen. Wer also mitkommen möchte, organisiert, benutzerdefiniert. L-O-H-L, Gruppe LOL, serverübergreifend für die Allianz. Kriegsmodus muss aus sein, ansonsten sehen wir euch nicht und dann müsst ihr einfach nur hier antanzen und dann können wir schauen, ob wir so ein paar Mauns unter die Leute bringen können. Das ist auf jeden Fall unser Ziel für heute und im Idealfall kommen auch ganz, ganz viele wieder mit, denn dann können wir natürlich uns darauf verlassen, dass wir in der Theorie auch mehr droppen können. Das ist ja immer das Herrliche dabei. Darkrunner, 33 Monate. Ich danke dir. Schönen Sonntag wünsche ich auch. Vielen, vielen Dank. Haben wir einen Hexi dabei? Nee, wir haben noch keinen Hexi dabei. Freunde, das ist immer ein bisschen sad. Aber was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden. Wobei unser Hexi-Glück in letzter Zeit so war, dass der, der sich als allerletztes angemeldet hat, ein Hexi war und der dann auch als letztes da war und dann mussten wir nicht mehr porten. Das war irgendwie typisch unser Timing. Was sagst du eigentlich zum Herr-der-Ringe-Anime, der kommen soll? Ich bin gespannt. Ich bin wie immer erstmal hyped, wenn irgendwas kommt zu meinen Lieblingsserien, Franchises, Games oder was auch immer. Aber die Chance, dass das nicht nur Franchise, sondern richtig scheiß wird, die ist halt auch immer da. Deswegen freue ich mich an sich, dass da irgendwas passiert, kann geil werden. Und es gab ja auch einen ganz frühen Herr-der-Ringe-Trick-Film. Ich meine, das mal gesehen zu haben, so gezeichnet halt, wirklich animiert. Schon ewig her. Und ich bin gespannt, was das wird. Aber die Angst ist immer so ein bisschen dabei. Ich hoffe, es wird geil. Edon, Hallöchen. Grüße. Ich glaube, ich gehe morgen früher zur Arbeit, damit ich auf jeden Fall pünktlich da bin zu Resident 8. Ich will jeden Kreischer von Craft Live erleben. Ich klebe mir einfach vorher den Mund zu mit Paketklebeband und so. Und dann hört ihr einfach gar nichts. Riege die ganze Zeit nur ein bisschen am Rumnuscheln, wisst ihr? So ein Ding wird das dann. Ach, wild. Ja, wer noch mit will, noch habt ihr einen Moment Zeit. Denn da wir nicht porten können, müssen alle selbstständig rankommen in den Süden der Bastionen. Und das ist natürlich der Vorteil dann für die, die gerade noch ein bisschen brauchen, vielleicht am Umlocken sind oder so. Das bedeutet nämlich, ah, gucke hier, die Gruppe ist noch ein bisschen offen, bis dann alle am Start sind. Das ist immer das Positive dabei. Geile Sache. Wo war ich denn jetzt eigentlich? Bin im Chat wieder gar nicht klar gekommen. Das ist immer so schön, wenn die Subs so durchrattern, Junge. Und dann verliert man völlig die Kontrolle. Es ist einfach nur wunderschön. Vielen Dank nochmal. Gestern kurz davor, 600.000 für eine Kiste aus dem Schwarzmarkt auszugeben, bis der Verstand sagte, lass es. Man weiß nie, was drin ist. Ja, die Versuchung ist groß. Femschep. No. Femschep. Geil. Grüße gehen raus an den Hexer. Das ging mir genauso. Zumal die Dinger manchmal für 600k weggehen, manchmal nur für 200k. Man muss halt so einen glücklichen Moment erwischen, wo alle, die sonst damit gambeln, keine Ahnung, Nachtschicht haben, irgendwie bei Meckes sich ins Koma fressen oder so, ja. Oh, dann kann man da mal mit draufhauen. Aber 600.000 für, da ist vielleicht Müll drin. Also da ist mir mein Gold dann doch zu teuer. Als ob jetzt, ihr habt doch gewartet. Als ob jetzt auf den letzten Meter wirklich zwei Hexer kommen, Freunde. Ich freue mich natürlich, dass ihr da seid, aber das Timing ist heute mal wieder sehr, sehr mystisch. Das ist so. Ich bitte einfach Chloa, mir einen Zusammenschnitt von Crafts Bestenschreien zu klippen. Ja, das wird dann höchstwahrscheinlich so ein Drei-Stunden-Video. Weißt du, einfach der ganze Stream durchgeschrien. Wäre aber auch wirklich ein geiler Zusammenschnitt, oder? Wenn ich das dann hochlade unter Resident 8 Profi-Gameplay und dann nur so die Schreie aneinander, wenn irgendwelche Vögel fliegen oder, was hatten wir bei Resi noch immer, irgendwelche mutierten Ratten auf einmal rumspringen oder irgendwelche Gestalten draußen vorm Fenster, so, ja. Ja, das wäre bestimmt auch ein gutes Video. Ja, so einfach kann man Content dann mehrfach verwerten. Eigentlich war es ja Livestream, aber hier ist jetzt der YouTube-Content. Let's go. Wie geht es, Herr Meier? Sehr gut. Sehr gut. Also ich freue mich natürlich, wenn wir ihn endlich dann mal herholen können, final. Weil das Bett soll jetzt in den nächsten Wochen kommen und auch unsere Fensterrahmen soll jetzt in den nächsten Wochen kommen. Aber, ja, wie es so ist, alle haben irgendwie Not am Mann und Lieferengpässe und Holz ist irgendwie knapp und die Kunststoffe wollen nicht so und, oh, Junge, ich kriege gefühlt jeden Tag drei neue Mails mit irgendwelchen Problemen, ja. Und das ist, das ist eben alles scheiße, aber dafür, dass es so scheiße ist, kommen wir sehr gut klar und auch Katzi geht sehr, sehr gut und das ist natürlich die Hauptsache, ja. Zockt Resi mit Döner im Mund? Als Schalldämpfer, genau. Genau, genau. Im Grimmschei Fensterrahmen, wir haben bei einer speziellen Firma, ja, gut, speziellen Firma sind halt so Spezialisten, so Rahmen zum Reinhängen in die Fenster bestellt, wo dann die Fliegengitter drin sind. Und, ja, das dauert ein bisschen länger in der Produktion als erwartet, aber das ist ja gefühlt überall so momentan, ja. Ob man jetzt eine Grafikkarte bestellen will oder eine PS5 oder anscheinend auch irgendwas mit Holz oder wie auch immer, da sieht es nicht überall ganz so gut aus momentan. Sad. Ich würde dir aber empfehlen, das Spiel auf normal und nicht auf leicht zu spielen. Die Gegner werden komisch passiv auf leicht, ist natürlich dir überlassen, wie du es spielen willst. Ja, ich denke schon, dass wir da normal rangehen. Also da bin ich voll normal dabei erstmal. Ich warte gerade die ganze Zeit darauf, dass der Preis der WoW-Marke wieder runtergeht, same. Aber leider passiert das Gegenteil die ganze Zeit. Wo sind wir denn? Zuletzt war 270, oder? Oh! Oh, das ist nicht mehr 270. Ja, ich warte auch, ne. Er hat die PS5 erwähnt, der Schmerz. Tausend Nadelstiche in den Rücken, ne. Oh, oh, oh. Ganz traurig. Ja, Freunde, letzter Aufruf für den Sonnentänzer. Unsere Hexer sind zeitnah da, glaube ich zumindest. Und dann geht das los, dann ist die Gruppe zu, ne. Nach bitter einem Video, wenn er Meier in die Wohnung gelassen wird, wie er dann randaliert. Oh ja, das könnte gut Klicks geben, da hast du recht. Generell, wenn das Bett da ist, dann kommt ja auch die Roomtour, die ich ja eigentlich schon vor gefühlt zwei Monaten machen wollte. Aber, ja, das Schlafzimmer ist halt momentan der Lagerraum. Ich glaube, das wäre nicht so toll, das alles zu zeigen. Und dann geht das los, ne. Absolut. Meine goldenen Black Market Aha-Regeln. Eins, oder erstens, kauf keine Dinge, die im Spiel noch erhältlich sind. Zweitens, kauf keine Random Container. Drittens, kauf keine Pets, die gibt es auch im normalen Aha-Ja, gerade hier Lamm von Elvin oder so. Oder Skorpione aus Duruta oder was da immer drin ist, ne. Die sind auch wirklich nur dazu da, um diese Container dann komplett mit Müll eben zu bestücken, ne. Genau so. Ich hasse das, dass ich auf Insta nicht richtig die Bilder skalieren kann. Wollte da auch den Comic hochladen, aber die letzten Panels schneidet er ab. Und das macht mich mad, ja. Das ist wirklich doof. Insta regt mich da auch immer ein bisschen auf. Ich habe zwar noch so eine Insta-Layout-App, wo ich dann auch so mehrere Bilder nochmal anders anordnen, dann speichern und hochladen kann. Aber schön ist das nicht, ne. Das ärgert mich auch hin und wieder. Gerade wenn man dann so ein Bild macht, wo man vielleicht ein Foto von einer Katze hat und hinten steht noch wer mit nackten Füßen oder so. Und dann willst du die Füße abschneiden und das wird aber nichts, ne. Weil dann ist Lausbub sauer und dann skaliert das so komisch und dann ist die Hälfte von der Katze noch weg. Oder da bin ich auch immer. Vielleicht einfach Boomer. Ich weiß es nicht. Okay, Leute, meine übliche Frage. Ist jemand dabei vom Server Ambossar, Kargat oder Thrall und er freut sich an der Stufe 60, die er hat, dann kann er sich gern bei mir melden. Dann kann er nämlich die höchste Mount-Chance sich sichern, indem er uns den Sonnentänzer holt. Ist keiner dabei von diesen Servern, beziehungsweise keiner, der das möchte, dann mache ich das selber. Aber dann geben wir die erhöhte Chance eben aus der Hand, ne. Deswegen diese Frage vorneweg. Warten wir kurz, ob sich jemand angesprochen fühlt, ansonsten mache ich es. Bin wieder da, Mavrid. Ja, moin. Eben was Feines vom Grill gesnackt. Was habe ich verpasst? Was steht an? Und Finger weg von meinem Container. Was glaubt ihr, wer die immer so hoch treibt? Also Frechheit, sage ich da nur. Ja, was hast du verpasst? Wir haben gequatscht über Resident, Gott und die Welt, so ein bisschen. Und wir waren schön beim Weltboss und jetzt hole ich den Sonnentänzer. Das ist im Grunde der Plan. Und dann geht es an Toros. Wir wollen Reittiere, wir wollen Sicheln, wir wollen brennende Schwerter und die werden wir auch kriegen. Zitrone, hi. Wenn man 40 Millionen Gold ins Black Market investiert hat, dann fühlt man die Preise nicht mehr. Zigarette anzünd, ja. Dann fühlt man gar nichts mehr, Xyru, oder? Diese Leere, die ist allgegenwärtig. Oh, damn, ja. Fühlt man sich wie so ein Börsenwilli, wie so ein Makler, ne, der morgens das Fenster aufmacht und erstmal drei Minuten Dachs brüllt. Dachs, 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 weißt du, wie so ein Tierpfleger, der sich um die Dachse kümmert und die rauslocken will. Ah, das ist auch schwierig, ne. Ganz, ganz schwierig, Leute. So, Buff habe ich. Tänzer ist gerade am Arsch, der Heide, na toll. Der will mich heute aber auch verarschen, dann lauern wir eben, bis er wiederkommt. Genau so. Ich finde, man kann dieses Emote sehr vielseitig nutzen, diesen halb schreienden, schockierten, ja, da hast du völlig recht. Das sehe ich sehr ähnlich. Lasse die Container nur in Ruhe, wenn Malverid mindestens 25 Subs raushauen. Der Bait einfach, ne. Es wird mies gebaitet, ja. Das bleibt nicht aus heutzutage. Oh, ihr kommt auch alle mit, oder was hier? Unser Kuldirana-Scharmi. Da ist er unterwegs. Aber Malverid sponsert ja auch schon die Preise für unser episches Pokémon-Snap-Tunier heute Abend, ne. Deswegen wird er sich höchstwahrscheinlich nicht ködern lassen heute. Aber der Versuch war da, ne. Wo ein Wille ist, ist auch ein Sub, sagt man immer. Und der Versuch muss immer da sein. Absolut. Kauft mehr Tokens für 20 Euro, der Scheiß muss abstürzen. Ja, ehrlich, oder? Da investieren wir einfach rein. Werde einfach die ganzen Twitch-Einnahmen des nächsten Monats, werde ich einfach in WoW-Tokens buttern. Einfach, weil ich total bescheuert bin. So, das wäre dann die Erklärung, ne. Wenn meine Steuerberaterin dann fragt, was die Scheiße soll, dann sage ich einfach, weil ich total durch bin, Allah. Das kommt bestimmt sehr, sehr gut. Ich bin der Börsen-Willi, der sich zu Legion auf 80 Millionen Gold abgesetzt hat und nichts mehr getan hat, außer WoW-Immobilien zu kaufen. Ja, das ist auch wichtig. Ne, Immobilien-Freunde, die gehen natürlich immer. Ja, das weiß ich sogar als jemand, der gar nichts damit zu tun hat. Wenn aus Schwarzmarkthandel strategisches Pokerspiel wird, oh ja, Full House, Leute. Dann von den FBI-Agenten, ne. Hat man auch ein volles Haus. So, wir warten natürlich trotzdem, bis er die übliche Runde dreht. Ansonsten fühle ich mich natürlich ja halb verzweifelt, gebügelt und gestriegelt. Das wollen wir nicht. Schöne Immobilie im Brachland. Ja, so eine ranzig stinkende Zentaurenhöhle. Ja, so eine Hütte, so ein Zelt da. Oh, die kann man dann super verticken. Schön vor dieser Oase mit diesen brackigen Sporen und diesen verseuchten Schildkröten. Junge, wenn das kein geiles Grundstück ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist total, wie nennt man das, Grunge. Da kommen dann die ganzen Hipster und sagen, ey, voll authentisch, wie hier alles nach Kacke riecht. Junge, das ist geil. Da lege ich direkt 500.000 hin als Anzahlung, weißt du. Und dann läuft das. Thoratin, Hallöchen. Hab gehört, die Hütte von Sauerfang wäre frei. Ja, die darfst du nur kaufen, wenn du keine Schultern trägst. Das ist die einzige Bedingung vom Testament, ne. Und dann läuft's. Der Preis wird wieder sinken, wenn 9-1 da ist. In der Flautenphase investiert kaum einer Echtgeld, ja. Was soll das eigentlich, oder? Das werden wir mal ändern. Wir werden mal schön Propaganda fahren, dass das nur dann richtig Sinn macht. Okay, Buff habe ich. Richtige Feder habe ich dann einmal runter, würde ich sagen. Und dann hoffen wir, dass der Tänzer heute richtig Böcke hat auf uns. Mal sehen. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe ein bisschen Schiss irgendwie heute. Ich weiß nicht, warum. Aber unbegründet. Unbegründet der Schiss. Na, aber dann hämmern wir mal durch hier unsere Tasse. Und ich hoffe, die haben den Tänzer nicht heimlich gebufft, ne. Wir hatten beim letzten Mal ja auch ein Unglück. Aber das Unglück, das wurde dann natürlich auch sofort im zweiten Versuch revidiert. Und jetzt, Freunde, kommen wir gelandet. Die Höhlen sind beliebt, weil die Vintage sind. Und natural healthy, Alter. So wollen wir das nämlich hören. Dann werden wir auch natürlich so ein Insta-Account machen, ja. Für unser Immobilienunternehmen. Und dann so Werbung schalten. Das ist, wenn man abends so Insta durchscrollt und lauter WoW-Content sieht. Und auf einmal sieht man so schick angezogene Leute, die in die Kamera lächeln. Und drunter steht sowas wie, wir geben unser Herzblut für ihr neues Zuhause. Und ich denke so, Bro, wer blättert eigentlich Insta und denkt sich, yo, jetzt richtig Bock ein Haus zu kaufen bei denen. Keine Ahnung, wüsste ich gern mal, ob solche Werbungen was bringen. Weil no hate gegen die Unternehmen oder die Leute, ne, sollen die machen. Aber wer zum Fick scrollt denn Insta und denkt sich dann, yo, bei denen kaufe ich jetzt ein Haus, Alter. Das ist schon wild. Das ist dann auch dieses andere Reich, oder? Wie, wie hast du deine Villa bekommen? Yo, habe ich auf Insta-Random gefunden morgens um drei. Wollte eigentlich nur ein bisschen den Ex-Freund stalken. Und dann dachte ich, Attacke. Sehr nice Nummer, auf jeden Fall. Freunde, Tänzer, es wird Zeit. Es wird Zeit, ein bisschen aus der Reihe zu tanzen, lieber Allianz. Wir haben eine gut gefüllte Gruppe. Wir hatten einen wunderbaren Flug. Wir haben alle schönes Mock. Und das bedeutet, er gönnt jetzt. Let's go. Tanz für uns. Jo, das ist in Ordnung. Das ist jetzt nicht die Welt, aber drei Mounts, das ist in Ordnung. Die Gruppe war nicht mehr voll. GZ, an Tirago, an Elmina und an Setup. Sehr, sehr schön. Guck mal, GZ-Schatz wird sogar geschrieben. Oh, der Beziehungs-Sonnentänzer-Run. Wunderbare Sache. Ja, GZ-D an euch. Vielen Dank fürs Mitkommen. Wir loggen dann um und freuen uns auf Antorus. Yay, yay. Endlich wieder Eona. Fühle ich. Muss man für Antorus 60 sein? Nee, muss man nicht. Auch keine GS-Beschränkung. Das gleicht sich eigentlich in der Regel sehr schnell aus. Hier eine Geschichte zum Thema Goldverbrennung. Habe gestern bei einem Twink Schmiedekunst hochgeskillt. Alle Addons von Null auf Max und einige Rezepte 2,5 Millionen Gold insgesamt. Dann vorhin alle Accounts von mir durchgelockt und sie an. Hatte noch einen Twink mit Maxskill bis BFA und alle Rezepte. Seid classic. Oh no. Oh no. Das ist ein bisschen sad auf jeden Fall. Aber schön, jetzt freuen sich die, die seit 10 Jahren oder so diese Rezepte für diese Goldmenge drin hatten im Aha. Endlich denken die sich. Endlich hat es einer gekauft. Ja, großartig. Da hast du zumindest denen einen schönen Dienst erwiesen. Die hatten jetzt einen schönen Sonntag. Das ist total tröstlich und beruhigend, oder? Nicht Lul. So, man sieht vielleicht mit dem bin ich momentan dabei auch die Kampagne zu rocken. Für so ein bisschen Kettengear, ich will ja die T-Mox-Sets langsam voll machen. Und über die Wochen des Weltboss-Killens haben wir jetzt natürlich auch bei vielen Charts die Ruhmstufen, die dann ausreichen, um diese Kampagne durchzuboxen. Und da haben wir gestern schön E3-Gelöt geguckt und dann nebenbei Kampagne, Junge. Bam, bam. Herrliche Sache. Die Marke ist nur so hoch, weil TBC-Hype. Wenn 9-1 kommen, geht der wieder ein bisschen hoch. Und wenn alles durch ist, geht es runter auf 210, wenn nicht noch mehr. Oh, am besten mal wieder auf 20k. Wisst ihr noch, als die Marke 20k gekostet hat und wir alle so, joa, 20k, Junge, viel zu teuer, ne? Und jetzt sind es irgendwie fast 300k. Holy shit, das ist ein bisschen eskaliert, ne? So ein ganz, ganz kleines bisschen. Okay, ich mache mich auf den Weg und werde dann wie immer bei der Hälfte des Weges innehalten und feststellen, oh, mit dem habe ich Argus gar nicht freigespielt. Schade, schade, ihr müsst mich leider porten. Und dann wird genau das geschehen. Bilde ich mir zumindest ein. Bin in TBC jetzt Level 70 und habe keine Lust mehr. Ja, der Weg ist das Ziel, das sagt man ja nicht umsonst, ne? Das hast du jetzt erreicht. Wenn du was aus dem Schwarzmarkt kriegst, trinken Lausi und ich einen Champagner mit dir in Silbermond. Oh, das ist ein tolles Angebot. Da muss ich ja jetzt fast schon was kaufen, Xyro. Das ist ja wie so ein Jochen Schweizer Erlebnisgutschein, weißt du? Nur halt tausendmal geiler. Großartig. Moin, wie viele Mounts waren es gerade eben? Voll nicht aufgepasst. Drei. Drei Stück gerade. Okay, Leute, ich mocke mich nur nochmal, weil so kann ich mich einfach nicht raustrauen. Mal kurz reparieren. Bisschen Inventar aufräumen. Ist da irgendwas bei, was für Verwirrung sorgen könnte? Nicht wirklich, ne? Dann mache ich mal hier Elf UI aufräumen. Und dann ziehen wir... Tausend Gold? Was? Tausend Gold? Für nicht mal alles? Yo, shit. Was ist passiert? Holy hell. Okay. Ja, das war es ja mit den Schwarzmarktplänen. Tausend. Alles klar, bro. Ja, wer mitkommen möchte, organisiert, benutzerdefiniert, Gruppelol, LOHL, serverübergreifend für die Horde. Ihr müsst nicht Stufe 60 sein, aber ja, wenn der ein oder andere natürlich mit Stufe 60 und Gier mitkommt, dann wäre das natürlich super, damit sich das alles ausgleichen, ne? Weil wenn alle mit Stufe 50 und Guffelgier kommen, dann könnte das hier und da problematisch werden. Ne? Es geht immer um den Ausgleich. Geringverdiener, wer nicht für 1K mockt. Ja, unter 1K mocke ich gar nicht. Ne? So nämlich. Junge, was ist da denn passiert? Ich dachte jetzt so an. 37 Gold, aber... Upsi. Gut. Grüppchen geht auf. Wir schauen mal, wie das aussieht. IDs nochmal überprüfen, Leute, ne? Wir sind knapp und kurz vorm ID-Reset, so gefühlt. Deswegen checkt das bitte nochmal. Und dann hauen wir das Grüppchen einmal voll. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben viele Plattenträger, ne? Wir haben viele Plattenträger erstmal dabei. Da unten ist auch ein Hexi, aber werden wir den noch erreichen? Es wird knapp... Ich sag's, wie es ist. Es wird knapp, aber er ist dabei. Ne? Sehr schön. Sehr, sehr schöne Sache. Und ich denke, da haben wir auch eine sehr gute Mischung insgesamt am Start. Mock am Ende ohne Hintergedanken. Das klingt hervorragend. Da bin ich voll dabei. Super. Danke für den Port. Wie immer, Freunde. Bosse nur dann pullen, wenn auch wirklich alle da sind. Vor E.O. Na, bitte auf die Einteilung warten. Und dann können wir auch schon reinhüpfen. Sehr schön. Dein Pelz hinter nicht. Du bist ein richtig Miesen. Was war denn hier schon wieder los? Junge, da komme ich angeportet und hier wird sich schon geflamen. Das war ein großartiger Run. Ich fühle das. 1.000 Gold fürs Mocken. What happened? Hast du? Swarovski-Steinchen am Gürtel. Ja? Und so eine Fabergé-Eier habe ich mir auch in die Waffen einsetzen lassen, weißt du? Schuhe von Armani. Ah, wegen Troll. Lul. Ja, finde ich gut. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Da bin ich absolut dabei. Na, der letzte war ich, sag mal Hagumea. Damn. Ja, Sonntag ist immer bitter, ne? Sehr, sehr bitter. Florian, hi. Gerade wach geworden? Ja, moin. Was passiert heute? Alles gut bei euch? Joi, kann nicht meckern. Alles fein. Hoffe bei dir auch so weiter. Wenn du gerade aufgewacht bist, ne? Da braucht man den Sonntag eigentlich auch nicht mehr richtig anfangen. Lul. Beim Thema Reich fällt mir ein Gespräch ein, das ich letztens geführt habe. Ein Freund, 16, plant mit seinen vermeintlichen Bonzenfreunden Urlaub in Kroatien. Wir sind dann bei 1200 pro Person für zwei Wochen. Alter, wir haben mit 16 zu dritt für eine Schachtel Kippen und einen Kasten Oettinger Cola zusammengeschmissen. Was zum Fick ist denn da das Gefühl für Geld? Jo, ist so, ne? Da war man vor, wenn irgendein Kumpel so ein Auto hatte, was länger als drei Stunden durchgehend fahren konnte, dass man irgendwie zum See kommt und dann in so einem runtergerotzten Zelt zu dritt pennt oder so, ne? Ja, das fühle ich auf jeden Fall auch. Gut, wer hat, der kann, ne? Absolut. Aber man denkt sich auch erst mal, hä, Alter, was ist jetzt passiert? Kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Fürs ID-Checken habe ich mir auf dein Rat hin extra Saved Instances geholt. Das freut mich. Und lohnt sich, oder? Lohnt sich noch für so, so vieles mehr. Spider, Hallöchen. Grüße. Hab morgen frei, also alles chillig. Mach gleich das Saalor. Kann mittwochs nicht mehr anmelden. Muss ab nächsten Mittwoch acht Stunden arbeiten. Oh, 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 das ist belastend. Oder acht Stunden gleich. Würden zwei denn nicht reichen? Zwei für das doppelte Gehalt? Das wäre auch ganz nice. Großartige Nummer. 1200 ist viel für zwei Wochen Urlaub? Ja gut, das ist immer schwierig zu sagen, weil es auch auf die persönliche Relation natürlich ankommt. Aber mit 16, mit 16.200 für Urlaub, weiß ich nicht. Ist auch meine Relation vermutlich ein bisschen anders, weil ich hätte sowieso keinen Urlaub gemacht. Ich habe Urlaub in Azeroth gemacht, aber mit 16 finde ich schon, ja, wäre jetzt bei uns auch nicht normal gewesen im Freundeskreis. Aber ja gut, weil es ist auch normal. Das komplette Venture-Set kostet beim Mocken nur 690 Gold. Mock-Preise werden teurer, danke Activision, oder? Sie war nicht mal das, gönnen die uns, ich raste aus. Echt? Sagen wir mal, bei den Wunsch-Rates kann man da auch Platz für Freunde mitnehmen? Ja, also wenn ihr euch einen Wunsch-Rate wünscht, dann könnt ihr quasi einen ganzen Gruppenslot reservieren. Also ihr plus vier quasi. Geht das dann auch, wenn man als Beispiel sagt, man will unbedingt, dass Mavrid nicht mitsollen? Was habe ich da gerade verpasst vom brennenden Thron? Also die Idee, die Idee ist sehr witzig, Lul, aber nee, 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 ich glaube, die kleinen Kriege, die dann regelmäßig stattfinden würden, die würden wir nicht überleben. Das können wir nicht eingehen. Ich glaube, am Anfang vom Stream schrieb einer kurz, was wegen Post soll das vielleicht mal auf Main nachschauen. Ach so? Siehst du, ja, habe ich gar nicht mitbekommen am Anfang. Werde ich versuchen, daran zu denken. Dankeschön. Kein Plan, wenn ich ein Kind hätte, würde ich es halt gönnen, kommt darauf an, wie sehr es sich abschießen will. Natürlich, was für schöne Ortschaften und Museen er sich anschauen will. So, Schmelke, es geht um die Kultur natürlich, ne? Kroatien ist jetzt nichts mit Alkohol oder so, das ist Angeln und Tauchen und Korallen und so kennenlernen, ja. Ja, das ist ja auch völlig klar, absolut. Wo bekomme ich in drei Tagen 150k Gold her? Boah, ja, in Goldhain tanzen ist eine gute Idee, aber in drei Tagen 150, du, keine Ahnung. Ich habe leider auch keinen Plan, wie die Märkte momentan drauf sind, ob du dich einfach jetzt zu Tode kürschen an oder kräutern kannst und darüber dann so viel wirklich in so kurzer Zeit machst, kannst du natürlich Glück haben und irgendein super seltenes T-Mock-Item verkaufen oder so, aber 150k ist schon durchaus erstmal eine Hausnummer. Heute Uldir? Nee, gestern. Heute Antorus bzw. Wunsch-Raids, aber da wir keinen haben, ja, ist Antorus mein Wunsch-Raid quasi. Ich habe unseren lieben DK noch nicht in Range, da ist er. Geil. Dann sind alle da. Dann können wir loslegen, Leute. Einmal Attacke. Stimmt, kann man sich auch die Time-Walk-Raids wünschen? Nee, hatten wir gestern auch die Frage, habe ich gesagt. Nee, nee, also kann sein, dass wir da nochmal reinschauen, aber ihr dürft natürlich... Was ist jetzt passiert? No, was ist denn jetzt passiert? Oh Gott, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Wenn man, wenn man, wenn man die Time-Walk-Raids sich wünscht, wir schaffen die ja auch nicht immer. Nee, erinnert euch an die, an die Feuerlande-Raids und so, deswegen wäre das, glaube ich, auch hier und da sehr wasted und dementsprechend würde ich das nicht empfehlen. So muss los, der Hundi möchte seine große Runde. Euch allen guten Loot und bis nachher bei Snap. Was ist denn jetzt passiert? Hä? What happened? Warte, muss ich aber, muss ich aber kurz mal gucken. What happened? Hä, hat irgendwer ernsthaft Mavrid angemacht? The fuck, Mavrid, komm zurück, ich möchte dich gern dabei haben. Häää. Häää. Also wenn sich da irgendwer im Ton vergriffen hat oder so, dann würde ich es sehr begrüßen, wenn ihr euch eventuell entschuldigt. Und mit eventuell meine ich jetzt, ihr Stinker. Boy, komm zurück. Was ist da los? Oh Gott. Cleomenes, dritter Monat. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Die geben jetzt Mount, die Hunde. Ja, safe geben die jetzt Mount. Das war völlig klar. So wollen wir das sehen. So und nicht anders. Denn die letzten Mounts, die hatten wir im Normal- bzw. HC-Erfolgs-Run. Und danach, wenn wir nochmal extra in Normal oder so drin waren. Und das war natürlich auch eine sehr belastende Nummer. Insofern müssen die einfach mal wieder in Mythisch droppen. Und das hat mich zumindest dazu veranlasst, nochmal zu schauen, ob wir auch wirklich in Mythisch drin sind. Aber das ist der Fall, Leute. Das ist einfach der Fall. Das war wegen Voidie und seinem Text, aber das war doch deutlich als Spaß anzusehen. Also wenn es nur das war, dann kann Voidie das natürlich super gerne nochmal richtig stellen, wenn das in den falschen Hals bekommen wurde. Aber ich hoffe, glaube, dass Voidie das auch nicht wirklich ernst gemeint hat. Und deswegen, Mavrid, komm zurück. Wir haben dich lieb, wir brauchen dich. So, Punkt. So ist es. Das ist die Wahrheit. Wir machen aber erstmal weiter. Vielleicht waren es ja auch wirklich noch irgendwelche Internetprobleme und so. Und es war auch ein Gag seinerseits. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal noch weiter. Und dann löst sich das vielleicht zeitnah in Wohlgefallen auf. Das wäre natürlich immer das Schönste. Guti, Hunde, Leute. Hunde, jetzt. Let's, let's, go. Könnte man sich denn ein Raid wünschen, wie beispielsweise ICC mit der Schattengraben-Questreihe? Nein. Nein. Ich finde es sehr erfrischend, wie er immer wieder tryhardet. Aber T-Mog-Raid heißt T-Mog-Raid. Und das heißt auch schaffbare T-Mog-Raids. Das heißt ewiger Palast wünschen oder T-Gel oder weiß ich nicht, da sah Alor mythisch Ali-Seite. Das würde dann leider auch nicht zählen. Also man kann hier und da ein bisschen rumbasteln und wir haben auch immer mal irgendwas, ich sag mal, verändert. Ja, mit Hinblick auf. Man kann jetzt nicht nur den Slot für sich selber reservieren, sondern für die ganze Gruppe. Aber irgendwie extra Erfolge oder Quests oder Zeitwanderung oder so. Das werden wir in dem Rahmen nicht mit einfügen, weil das könnte einfach zu kompliziert werden ab einem gewissen Punkt. Und das macht dann die Orga hier und wieder auch ein bisschen schwieriger. So, Freunde, ich habe von den Hundis wunderbare Handschuhe bekommen. Platte Hände. Wer die gerne haben möchte, der kann mich sehr gerne anhandeln und sich diese Händchen bei mir abholen. Ich habe keinen Mount bekommen, Xyru. Wir haben alles gegeben. Wir haben sogar, Kraft unserer WoW-Suppe, haben wir diese wunderbaren, wunderbaren Hunde herangequatscht. Aber es sollte einfach nicht sein. Ganz traurig. Ich wünsche mir, Tigel mythisch ist doch safe machbar. Das Ding ist, das ist schon schaffbar, aber wir werden halt mega Mechaniken spielen müssen. Und wenn dann einer verkackt, dann schmeiße ich den raus. Nee, genau das wollen wir eben nicht. Und deswegen werden wir natürlich auch diese Wunsch-Raid-Option immer weiter ausweiten. Aber der Grundgedanke war ja wirklich die alten Raids, die wir jetzt nicht mehr so häufig gehen. Wie Nachtfestzungen, wie Grabmal, wie, was weiß ich, Antorus, Lul. Ja, dass wir die eben darüber so ein bisschen reaktiviert bekommen, weil ja doch einige immer meinten, yo, ich schaff Nachtfestzungen noch nicht und brauch noch den einen Gul'dan-Kil für gleiche Gewicht der Kräfte. Oder ich will mal wieder Grabmal, weil mir fehlen nur noch die Handschuhe und ich schaff das nicht oder so. Das war ja der Grundgedanke, weil wir ja die Legion Raids jetzt nach geraumer Zeit hinter uns gelassen haben. Und aus diesem Grund kamen wir ja überhaupt auf die Idee. Und das wissen die meisten von euch Stinkstiefeln ja auch, aber für euch erkläre ich das gerade nicht. So nämlich. Das war nämlich für die, die da wirklich noch unsicher waren. Aber Albtraum-Mythisch ist machbar, das sollte gehen. Ja, also zumindest höre ich immer wieder von sehr vielen Leuten, die sowohl Nachtfestungen als auch Albtraum-Mythisch machen. Sicherlich ist das noch nicht zu 100% für jeden machbar, aber wenn ihr ein bisschen den Raid kennt und auch euren Schaden, sollte das soweit auf jeden Fall hinhauen. Wenn wir die Mechanics verkackt, fliegt er raus und was ist, wenn Craft fail? Ja, fliege ich auch raus. Also da muss man konsequent sein, das ist natürlich klar. Ja, Erfolgs-Runs, Schlachtzügler von HFZ, auch nicht möglich. Nein, Erfolge nicht. T-Mog, Freunde. T-Mog heißt T-Mog. Aber wo Albtraum, muss man wieder die Schultern farm. Oh, das ist auch schön. Schön, der Schulter-Grind. Let's go. Ich verspiele sowieso immer meine Punkte, weil ich zu hohe Erwartungen an den Stream habe. Ja, das geht mir auch immer so. Ich denke auch immer, heute wird richtig geil und dann droppen nicht mal Hundeschmelke, weißt du. Das ist auch einfach sehr, sehr belastend. Ich schaffe Gul'dan auf mythischen... Ja, meine ich. Also, natürlich gibt es Leute, die das schaffen. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die das eben nicht schaffen. Also, unsere Blizzard-Entwickler haben ja nicht umsonst gesagt, am Ende von Shadowlands, das ist nach wie vor die offizielle Aussage, am Ende von Shadowlands wird es möglich sein, für jeden Spieler oder von jedem Spieler ausgehend, Legion Raids auf mythischer Stufe solo zu absolvieren. Ja, und klar haben wir da einen Schwierigkeitsunterschied von Albtraum zu Antorus, allein was einige Bosse angeht. Versuch mal Xavio solo mit Eona solo zu vergleichen oder so. Das wird natürlich auch schwierig. Da haben sie sich dieses wunderbare Zeitfenster geschaffen, weil sie bisher aus Gründen keinen Bock hatten, irgendwas in diese Richtung zu tun, irgendwas in diese Richtung zu erledigen. Und, ja, dementsprechend müssen wir da noch ein bisschen warten. Müssen wir noch zusammen durchgehen, ne? Und solange das so ist, haben wir eben dieses herrliche Wunsch-Raid-Angebot. Yay. Gul'dan ist halt tricky, wegen den Maden oder was das sein soll. Ja, Gul'dan kannst du generell einiges verkacken, auch mit diesen Winden, die dich runterkicken, ja? Oder dann, der macht ja auch ganz gut Schaden am Ende mit den Augen und sonst was. Also, wenn du das nicht komplett outdamagen kannst, ja, wie ein junger Gott, dann wird er dich einfach zugrunde richten. Und das war auch schon Ende BFA so, wenn ich mich nicht irre, ja? Einige mit der perfekten Überverderbnis, sie haben Gul'dan da auch schon platt gemacht. Ich meine mich zu erinnern, dass auch in der Community einer am Start war, ein Schmelke zum Beispiel, ne? War da immer ein bisschen wütend da, weil er irgendwie bei 10, 20% dann nicht mehr weiterkam. Aber, ja, genau das sind dann eben die Knackpunkte, ne? Und dafür kann man sich dann hier einfach einkaufen, so nämlich. Hast du das auch mit dem Far Cry Season Pass mitbekommen? Ich freue mich schon, Was spielen zu können. Was willst du denn spielen, Lul? Ja, mega coole Idee. Fand ich auch sehr, sehr spannend und freue mich einfach auf alles, was da kommt, ja? Weil alles, was gezeigt wurde, sah wirklich erstmal spielenswert aus. Und da habe ich Böcke, da habe ich richtig Böcke, Miss Müde, Hallöchen. Talahai, hör mir auf mit Argus. Die letzten vier Tage nur auf Argus gewesen, um die Erfolge von Pets nachzumachen. Bin bis auf einen fertig und dazu brauche ich laut mehreren Seiten die Zwergkuh. Und die bekommt man ja nur, wenn man in der Garni die Scheune auf 3 hat. GZ Blizzard, danke für die Änderung seit 9.0 an Pet Battle. Ach toll, die Garni-Scheune auf Stufe 3. Das macht auch richtig Laune, oder? Sich da dann vorzubereiten. Wunderschön. Wenn Illidon kommt, dann kommen so Viecher raus, die dich stunnen und dann machst du nichts mehr. Alles davor konnte ich wegbürsten. Ja, diese Illidan-Phase, die ist wirklich mit am räudigsten, habe ich mir sagen lassen. Aber, naja, ich habe ja zum Glück alle Sets. Na, Lul, ich muss ja eh nicht mehr rein. Toll, oder? Da fühlt man sich gleich direkt viel besser, wenn man das so hört. Oh boy. Toro, Hallöchen. Grüße. Kann man eine WoW-Marke gegen Battle.net-Guthaben eintauschen? Denn ja, wie? Ja, du kaufst dir eine im Aha, dann machst du Rechtsklick drauf und dann müsste so ein Fenster aufploppen, dass du dir aussuchen kannst, ob du eben Game Time willst oder Battle.net-Guthaben. Also das war zumindest immer so. Es gab ja jetzt irgendwie eine Änderung, dass man nicht mehr eine, sondern zwei Marken braucht für diese und jene Umrechnung. Aber generell, wenn du da draufklickst, dann dürfte das nicht direkt automatisch irgendwie eingezahlt werden oder so, sondern dann kommt diese, ja, Options-Freigabe-Fenster-Geschichte. So heißt das nämlich. Du hast das eine Mount nicht, das stimmt. Ja. Das eine Gul'dan-Mount, das fehlt immer noch. Hier wurde schon gesagt, ähm, kann in Gruppe 1 aushelfen. Das ist sehr, sehr schön. Dann frage ich aber erstmal in Gruppe 1, ob wir Hilfe brauchen. Kennt jemand die Kristallmechanik nicht. Wenn ihr die nicht spielen könnt, die nicht kennt oder, 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 dann könnt ihr mich gerne anflüstern und wir packen euch in eine Gruppe, wo ihr deutlich einfachere Mechaniken spielen müsst. Und das ist dann gar kein Problem. Wir haben auf jeden Fall genügend Leute, die aushelfen können. Gyra ist auch noch super. Das ist ja hier heute ein bisschen Matrix, oder? Bisschen, bisschen verkehrte Welt, sonst ist es immer andersrum. Wilde Nummer. Und es hat auch keiner geschrieben, dass er raus muss. Das ist ja nur krank. Das ist ja nur krank. Okay, Leute, dann können wir das Original so belassen. Dann ziehe ich hier noch einen raus. Hier noch einen und hier noch einen. Und dann machen wir die Einteilung. Prynamic, Hallöchen. Prynamic, wann endlich überall dieses nice-so-Gorilla-Bild, ey, ich frage mich. Gruppe 1, spielt bitte die Kristalle. Gruppe 2, verteidigt bitte unten bei X. Gruppe 3 und 4, bitte am Eingang bei Blau. Blau und Gruppe 5, bitte oben bei Position Violett. So, das ist unser Plan und dann legen wir los mit EUNA. So wollen wir es haben. Weißt du zufällig, wie ich die Weltkarte transparent im Hintergrund des Games hinbekomme, dass ich sie nicht immer separat öffnen muss. Boah, das ging irgendwie auch ohne Add-on, oder? Wie war'n das? Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber, war das ein Tastenbefehl irgendwie? Steuerung M oder so? Ne, das ist Musik einen aus. Das weiß bestimmt wer. Wie man diese transparente Word, Shift-M. Ah ja, guck mal, da ist sie. Da ist sie. Ja, Shift-M. Da hab' ich's. Passt jetzt nicht so in meinem Interface. Aber Shift-M, seht ihr, wir haben doch Experten hier. Ja, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Seht ihr, ich war nah dran, zumindest, mit meinem Steuerung-M. Hahaha, das ist ein Anfang. Gut, dann würde ich sagen, es sind alle da. Wir starten mit Eona. Geil. Craft steht AFK rum, ja sowieso immer. Natürlich, natürlich. Was zum Henker. Diese Namen hören sich alle an wie minderbemittelte Keks. Was ist da denn los? Afras und Anduboi. Was ist mit euch, Leute? Was hier schon wieder passiert, ne? Hier werden Namen verhunzt. Da werde ich aber rasend, wenn ich sowas lese, ne? Sagte er mit Lutschen. Hahaha, seinem Troll-Schamanen. Schön. Ich gehe gerade meinem Lebenstraum nach. Ich farme Stygia-Staub und sparen für das Schlund-Rätsel-Mount. Welch eine Genugtuung für meine Seele. Ja, und das will was heißen, oder? Genugtuung für die Seele im Schlund. Also, scheint ein großartiges Feature zu sein, oder? Ich bin ja regelrecht neidisch auf das, was du so machen darfst. Hör mal. Das ist ja wirklich crazy. Das ist wirklich crazy. Das ist auch crazy. Kisano mit einer sahnigen Fünfer. Sapom. Vielen, vielen Dank. Frisch gebackene Abos. Sahnige Fünf an der Zahl. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Siehst du, jetzt habe ich hier fast meinen Einsatz verpasst. So. Und dann will ich einmal darüber. Weil so schönes Wetter ist. Noch fünf kleine Abos. Ich danke dir. Vielen Dank. Ja, das Wetter ist ja auch noch angenehm. Ja, also ihr wisst, Sommer ist für mich immer Krieg. Immer Krieg. Aber es ist momentan so diese Wärme ohne diese stehende Luft. Ja, es weht so ein kleiner Wind und es ist noch so im angenehmen Bereich. Und da muss ich sagen, ja, Sommer kann ganz nett sein. Aber das kann ich auch erst sagen, wenn ich meine Tablette und meinen Inhalator eingeworfen habe. Den ganzen Inhalator, den muss ich runterschlucken, weißt du. Junge, das macht Laune. Und das geht. Absolut. Und wenn es dann noch so das ein oder andere Abo regnet, dann ist das ja sowieso eine herrliche Sache. Findest du immer schön, wenn Craft Out of Context Sachen von mir und Clifee liest? Ja, ihr müsst dann immer hochscrollen und erst mal sehen, was ihr da wieder für Schindluder treibt. So sieht es nämlich aus. Schlund ist sehr langweilig, aber DKs Leveln ist spannend. Also gehe ich weiter leveln. Ja, da kann man zumindest schön variieren. Das ist wohl wahr. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Wann kommt dann das Gorilla Emote? Ja, ich habe schon gesehen, Zoe hat so ein bisschen was auch umgewandelt im Emote-Stil. Da werde ich natürlich, wenn ich das okay habe, werde ich natürlich gucken, ob ich irgendwie ein bisschen was übernehmen und aktualisieren und essen kann und so. Ja, ausdrucken aufs Brot und Abfahrt. Ach, der Schlund ist die Urlaub-Craft. Wir Mount-Sammler sind schon durch tausend schlimmere Höllen gelaufen. Das ist wahr. Man arbeitet ja richtig auf so ein Ziel hin. Das ist ja nicht so, wie du gehst irgendwie Tod des Donners rein und musst erst mal halbe Stunde hinfliegen. Das ist ja eher wie, ja, du sammelst jetzt was. Und hier hast du mal irgendwie drei Splitter und da mal zehn und du kommst immer näher. Ja, du kommst einfach immer näher. Und das ist in dieser Hinsicht wirklich wie Urlaub und sehr, sehr angenehm. Guck Discord, hab es drin, Ehrenmann. Sehr, sehr gute Sache. Es gibt Mounts in WoW, da eröffnen sich völlig neue Welten, oder? Reittiere. Crazy. Allein das Konzept, ne? Lass dir schmecken. Na, gucke da. Da kann ich basteln. Einwand frei. Kann man eigentlich mit Klassenprobe-Jars MOP-Weltboss-Mounts fahren? Ne, oder? Du, ich bin mir nicht sicher. Weiß es jemand genau? Weil diesen Kodo, der rumrennt an der Dunkelküste, den habe ich mir auch geholt mit einem Klassenproben-Jar, wo ich auf irgendwelchen toten Servern einen erstellt habe und dann da rumcampte, immer mal umlockte und so, ne? Also das ging, deswegen würde ich jetzt fast sagen, das müsste auch möglich sein, aber will ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, gerade älterer Content, ältere Bosse, wer weiß, wie sie da ein bisschen rumspielen, ne? Hey, Craft, hast du auch den Vorteil wie ich, dass du aufgrund der Pollenallergie dich Masken befreien kannst? Ne, ähm, tatsächlich habe ich überhaupt kein Problem mit Masken und ich trage die aufgrund der Pollenallergie unglaublich gern, also zumindest diese FFP2 waren das, glaube ich, weil die filtern auch die Pollen mit raus. Ey, das war für mich richtig Offenbarung, wenn ich dann draußen war. Muss ich sagen, ich habe so überhaupt gar keine Probleme mit der Maske, weder Gesicht zu warm, noch irgendwie, äh, noch irgendwie, weiß ich nicht, Atembeschwerde oder so, ne? Und dann haben die noch so einen Pollenfilter mit drin gehabt, zumindest die, die ich am häufigsten benutze und da war ich wirklich ganz froh, ne? Wenn ich dann draußen und, sei es noch irgendwie ein paar Minuten dann mal Vatern besucht oder so, ja, oder zum nächsten Auto, wo wer gewartet hat wegen Fahren und dann schön mit der Maske, Junge, und einfach im Auto dann, ha, durchgeatmet und dann wurde die Klima angemacht oder das Fenster ging auf und dann war ich wieder tot, aber, ha, 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 da konnte ich den Teilen ein bisschen was Gutes abgewinnen, absolut. Ich war so glücklich, als ich gestern aufgewacht bin und ein kühler Wind durch meine Wohnung wehte. Ach schön, es gab Bohnensuppe, großartig. Der Schlund ist schon sehr weit oben bei ultra langweiligem und nervigem Content, der sich für mich wie Zeitverschwendung anfühlt, seit Tag 1, oh boy. Also das hatte ich zum Glück nicht das Gefühl, aber durchaus nachvollziehbar, ja, dass man es so sehen kann, absolut. Bin mir ziemlich sicher, dass die Test-Jars bei den Weltbossen nicht gehen, sonst würden dann nur Test-Jars rumstehen, MOP-Weltbosse gehen nicht, schade, aber der Kodo geht. Also, wer vielleicht da mal gucken möchte, das hat bei mir zumindest einwandfrei funktioniert. Die FFP2-Dinger halten nie an meinen Ohren, da knicken meine Ohren immer ab. Das ist ja auch sad, wie bei so einem Hauself von Harry Potter oder, ha, 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 hat Kleinfinger dann auch nur so ein dreckiges Hemdchen an und dann, Dobby kann die Maske nicht aufsetzen. Das wäre sad. Das Gorilla-Spiel ist heute auf Twitter ja fast wieder eskaliert. Ja, stell dir vor, in was für einer Welt wir heutzutage leben würden, wenn du das damals nicht gemacht hättest. Diese großartige Schauspielleistung, wenn die einfach nicht erbracht worden wäre, ne? Das wäre wild. Craft geht doch eh kaum vor die Tür. Ja, das kommt erschwerend hinzu. Also, vermute ich, selbst wenn ich Probleme damit hätte, gehe ich ja so selten raus, dass sie mich dann eh nicht um irgendeine Befreiung oder so gekümmert hätte, ne? Deswegen bin ich da auf jeden Fall raus, aber wenn ihr da Probleme habt und ihr könnt euch damit so ein bisschen befreien, dann ist das natürlich eine gute Sache noch. Wundert mich, dass du den Kodo looten konntest. Laut der Seite soll der auch mit dem Testchar nicht lootbar sein. Hö? Jo, das war aber safe mit einem Testchar. Ich bin verwirrt. Jetzt habe ich Angst. Vielleicht haben die das gehotfixed. Vielleicht ist das eine News oder so. Vielleicht gab es da einen Hotfix extra, weil in der Flautenphase machen das ja ganz viele, ne? Damit rum experimentieren. Vielleicht kam das jetzt sogar relativ neu. Kann ich leider meine Hände, wie so oft, nicht für ins Feuer legen, weil bei mir hat es geklappt und dann habe ich es nicht weiter verfolgt, ne? Keine Ahnung, was danach passierte. OP-Massen gehen. Die FFP2 sitzen zu stramm. Oha. Ja, ich habe zum Glück mit gar nichts davon Probleme. Da bin ich einfach ordentlich reingelackt, ne? Easy peasy. Und läuft. Da vergisst man einmal die Zeit und bekommt keine Benachrichtigungen. Benachrichtigungen, das ist nicht so nice. Das ist wirklich sad. Aber schön, dass du trotzdem da bist. Du hast Eonar verpasst. Das tut immer ein bisschen weh, oder? Das tut immer sehr, sehr doll weh. Wir sammeln uns jetzt bei Immunar. Das ist der nächste Boss. Und danach geht es eigentlich auch wirklich sauber und geradeaus weiter. Ja, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Eonar ist kaputt. Immunar beim Auslass wird jetzt nochmal ein bisschen ekelhaft, erfahrungsgemäß. Und dann wird einfach sauber, sahnig, wie auch geradlinige durchgepimmelt. Wunderbar. Hast du nicht sowieso ein Vollbart? Da ist das mit den Masken eine andere Welt. Habe ich rasiert, dann auch gemerkt. Echt? Also ich versuche schon immer so weit runter zu trimmen, ne? Dass es eben kein Problem ist. Und wenn alles an der Seite rausfliegt, ist es ja auch scheiße, ne? Aber ja, an sich. Shiroon geht einkaufen. Shiroon hat glücklicherweise keinen Bart. Würde mir nicht so gefallen. Und wenn ich immer irgendwo rein muss, dann versuche ich den so weit runter zu stutzen, dass das hinhaut, ne? Und da hatte ich bisher noch keine Problemchen. Hatte ich am Anfang, aber dank Vollbart sind die FFP2 bei mir eh nicht wirksam genug. Ja, sad, ne? Gnolde muss dann immer gleich so einen ganzen Schutzanzug anziehen. So ein Kondom über den Kopf und dann so aufpusten. Let's go. Auf der Seite steht folgende Mounds sind lootbar, also mit den Test-Chars. Vergessener Hippo aus Valsharal, Lukok, Garnibosse, graues Kamel, Void-Talon, also die leeren Kralle aus WOD und die Mechagon-Nasiata-Uldum-Rares. Ja, ist aber auch eine super seltsame Einteilung, oder? Warum jetzt die und die anderen nicht? Keine Ahnung. Ich blicke jetzt noch weniger durch als vorher. Ich habe gehofft, wir können uns dann irgendwie einen Reim drauf machen, dass das irgendwas mit Beschwören oder so zu tun hat. Aber, ne, auch nicht, ne? Kann ich in Gruppe 1-Aus-Safe nicht zu schnell draufhauen? Ups, sorry. Achso, sollte nicht an mich. Ja, sieht er? Jetzt waren wir auch alle wieder verwirrt. Seter, Seter, so schnell kann das gehen. Kann sein, dass du einfach Glück hattest und du es vor dem Hotfix bekommen hast. Ja, ich bin der Grund für den Hotfix. Das war wieder dieser ganz besondere Streamer-Loot in diesem Moment. Komplett rasiert habe ich schon einen deutlichen Unterschied gemerkt, aber war noch verkraftbar. Ja, das Ding ist, wenn ich mich komplett rasiere, dann kriege ich Schelle von meiner Freundin. Das ist, wisst ihr, so Demon Hunter irgendwie Eyebeam, aber als Faustschlag. Hm, weiß ich nicht, ob ich da rechtzeitig an die Antimagische komme. Das ist auch so das Problem dabei, ne? Das mit dem Kondom mache ich nur zum Spaß. Ja, wenn man einen Termin hat in einer Bank oder so, ne, weiß der Berater, Agnolle ist wieder da. Schöne Sache. Große Narben. Wie holt man sich eine Narbe, die groß genug ist, um das stark zu verformen, außer Brandnarben? Was ist jetzt passiert? Wer hat Narben? Ich lese nur Todesrittergruppen. Ich lese schon wieder irgendwas mit Thorsten Sträter. Und ich lese große Narben. Eine größere Narbe muss das sein, die da ist, wo die Maske sitzt. Ach so, das stört dann auch? Eine Narbe? Ja, kann ja irgendein Cut gewesen sein, früher mal, was weiß ich, im Stacheldraht hängen geblieben, ne? Und das sorgt dann auch dafür, dass sie nicht so sitzt. Das ist ja auch spannend, ne? Was man da auch alles wieder beachten kann, ey. Der Wahnsinn. Was sollte ich noch machen? Eine Todesrittergruppe. Ja, werde ich gleich mal schauen, dass wir uns das richtig hier zurecht reimen und zurecht biegen können. Ich habe tatsächlich sehr wenige Narben. Ich bin leider total uncool. Ich habe keine tollen Narben-Geschichten. Wenn ich mal eine habe, dann ist das total langweilig irgendwie, wie im Sportunterricht von Mattenwagen gefallen und auf dem Stahlfuß vom Barren gelandet und so ein Kack, ne? Aber ansonsten, ich habe keine coolen Narben. Sad life. Ich habe nie mit Tigern gekämpft, nicht mit Löwen gerasselt, ne? Alles nicht drin. Rasieren? Wieso denn? Wenn die Maske schön auf dem Bart liegt, filtert der Bart weiter. Der Bart-Filter. Ich will bei Gnolde in der Gruppe bleiben. Ja, wir sind hier aber nicht bei Wünsch dir was, Voidie. Das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Pass mal auf. So, hier, so und hier und so und guck mal. Lieber rot als tot, sagt man doch so schön. Wobei, das ist jetzt schwierig, denn das sind Todesritter. Vielleicht müssen wir dieses Motto dann einmal ein bisschen mehr umdichten, ne? Der Kackkater. Hallöchen. Nach dem Kodo muss ich auch wieder schauen, aber der lässt sich genauso wenig blicken wie die leeren Kralle, ja? Das waren auch wirklich bei diesen Mounds so Momente, wo wirklich man immer dachte, ist eh nicht da, ja? Und dann, wenn man am meisten dachte, der ist eh nicht da, dann war er doch da. Und das war immer mein Glück, ne? Eingelockt gedacht, der ist eh nicht am Start. Und dann doch, da war er wieder. So muss das sein. Hab mir mal die Fingerkuppe mit der Aufschnittmaschine abgeschnitten. War richtig prima. Das klingt wirklich super. Also da einfach ein bisschen Spucke drauf und dann wird das wieder, oder? Ich hab ne tolle Narbe. Hab versucht, einen DVD-Player zu öffnen und hab mit dem Gehäuse ca. 1-2 cm Fleisch vom Knochen gekratzt. Alter, am Finger. Ihr macht wieder Sachen, ne? Wie so, ja, Narbe im Gesicht und dann kommt direkt die Story vom amputierten Finger seitens des DVD-Players. Oh, oh, oh. Aber das Gute ist, Freunde, selbst wenn man gar keine Finger mehr hat, ich glaube, die Maske sitzt dann trotzdem. Wenn man dann, gut, so ne Sockenpuppe irgendwie machen möchte mit der Hand, dann wird das wieder schwierig, wenn die ne Maske aufhaben soll. Aber ansonsten hat man da wieder Glück im Unglück, ne, in der heutigen Zeit. Melly, Hallöchen. Den Kodo hab ich an Tag 2 oder so bekommen. Er hat von ihm gelesen und dachte, ich schau mal hin und da war das hässliche Ding. Ja, wenn man das in den ersten Tagen bei neuen Patches und so gleich bekommt, oder sich drauf stürzt, ist das in der Regel eine gute Sache, weil da wissen das eben noch nicht so viele. Selbst wenn Leute den dann gesehen hätten, dann wären die vielleicht einfach dran vorbeigeritten, weil scheiß drauf, ne? Irgendein Kodo vielleicht für irgendeine Quest oder so. Und wenn sich das dann aber rumgesprochen hat, wenn die Newsseiten ihre Guides machen, ne? Dieses Mount ist garantiert 100%ig ein Drop und da solltet ihr drauf achten und so. Dann ist das natürlich eine ganz andere Situation wieder, ne? Gerade auf den volleren Servern. Gander, hi, der Kodo an der Dunkelküste, der Verängstigte, das Reitier, der, der in dem kleinen Cinematic weggerannt ist, wo Merfurion kommt und die Orks und Trolle da platt macht, ne? Sagt ihr, dass wir kommen und so. Voll sein Badass-Moment hatte, ne? Und da ist ja der Kodo weggerannt und den kann man an der Dunkelküsten Warfront entsprechend finden. Also nicht in der Kriegsfront selber, sondern an der, ich sag mal, neuen Küste, ne? Und da kannst du dann draufklicken, wenn du den da rumrennen siehst und dann kriegst du den als Reitier. Malfurion, also die Eule. Oh, boy. Ich hab nur an der Stirn einen Nabel, weil der Doc den Kaiserschnitt gemacht hat und er fand es lustig, die Kinder zu unterschreiben. Jo, was? Boy. Das kann aber ganz schön ins Auge gehen, holy hell. Ja, ansonsten nur händerarme Beine vom Fahrradfahren und trinken. Ja, trinken in Maßen. Da kann das passieren. Wenn man dann sagt, ich hol mir jetzt noch ein zweites Bier, ja? Dann kann das mal passieren, dass man irgendwie hinfällt oder so. Belastende Nummer. Dann hab ich an einem Geländer gehalten, währenddessen ich auf einem Fahrrad saß. Dann rutschte das Fahrrad weg, weil es nass war und dann Fingerfleisch von hinten nach vorne aufgestülpt. Auch eine schöne Narbe, ja. Bin richtig neidisch jetzt auf eure tollen Narben und coolen Storys, Leute. Sad Life. Da kann ich nicht mit konkurrieren, aber mittlerweile sag ich auch, ist okay für mich. Ist okay für mich. Kann man aber auch nicht so sagen. Als WOD rauskam, hat einer direkt beim Launch das Schweinchen-Mount bekommen. Danach haben 100 Menschen das versucht zu campen, nur haben alle das falsche Schwein gekillt. Das ist wohl wahr. Der Teufel steckt häufig im Detail. Das ist richtig, aber da hatten wir ja nur einen Kodo. Und dann ist ja heute, ich sag mal, die digitale Infrastruktur durch Reddit, Twitter, WoW-Forum und Co. Ohne die ganzen Fansites, ja mit Datamining und so weiter, auch so geisteskrank. Da hat einer einen Mount bekommen. Erinnert euch mit der Schleimschlange. Der wird aufgespürt, der wird interviewt, dem wird Gold geboten, der soll einen Guide schreiben. Und bin gefühlt, 5 Minuten nach dem Drop, hat WoW jetzt schon eine Karte mit den ersten Wegen, die man selber nehmen sollte. Oder mit den Wegen, die das Mount eben nimmt und mit den besten Tipps und sonst was. Das ist ja komplett krank. Das ist ja nur krank mittlerweile, wie schnell das auch geht und wie gut da alles vernetzt ist. Und wie gut man auch selber vernetzt sein kann, wenn man es denn möchte. W.O.D.-Schweinchen, in jeder W.O.D.-Zone gab es da auch so einen wilden Schweinerich, wie hieß das denn, Frostfeuergrat. Nehmen wir mal an das hier, genau, von Gorog im Frostfeuergrat. Und jede W.O.D.-Zone hat auch einen, ich sag mal, eigenen großen Rare-Mob. In Nagrand war das irgendwie ein Grollhuf oder ein Elek oder beides. Und in Gorgond war es dieser Gronling. Und wenn man die findet und tötet, dann haben die ja auch einen Mount gedroppt. Und ja, da hatten wir häufig mehrere, auch in Talador Flusspferde oder eben Schweine im Frostfeuergrat. Naja, und wenn sich das noch nicht zur Genüge rumgesprochen hat, dann kennt man halt mal das Falsche, ne? Scheiße gelaufen. Huhu zusammen, ihr verrückten Schrömpelinge. Alter, nass. Grüße, Grüße. Das ist im Frostfeuergrat, genau. Aber die Leute haben das halt gekillt, das direkt bei der Horde gar nie ist. Oh, und der droppt nichts. Ey, ich weiß genau auch, welches du meinst. Da musste man dann direkt runter und diesen Olin-Umbafell, diesen Tauren-Follower retten. Und irgendwie so ein bisschen Kraut sammeln, das da gewachsen ist, ne? Das da rumwuchs. Und da war auch so ein Schweine-Rare. Yo. Und das wurde echt gut abgekämmt. Ich erinnere mich, das war immer der, das hat nur irgendeinen Schmuck gedroppt. Irgendeinen Eberzahn, der Stärke gegeben hat oder so. Oh boy. Ja, ich erinnere mich. Golag. 39 Monate. Das ist mal eine Zahl. 39 Monate. Wow, krass. Ich will mein Geld zurück, du Sack. Niemals. Bleib wie du bist, mein Lore-Gott. Es ist immer wieder schön mit dir. Kann ich nur so zurückgeben. Vielen, vielen Dank. WOD war ja auch zum ersten Mal, dass man sich Mobs nicht mehr weggetackt hat. Hau auf so ein Riesenvieh, droppt ein Mount. Einfach, zack, ran. Und dann hatten wir in WOD im Frostfeuer, gerade auch im Westen, noch diesen Kollegen, der diesen Nachtheuler der Garn droppen konnte. Wo wir auch im Stream immer so mit vier, fünf Leuten versucht haben, das irgendwie hinzubekommen. Und wir sind immer kläglich gescheitert, bis wir es dann irgendwann mit dem Main Raid mal gemacht haben. Und dann ist es gedroppt. Wer hat das Mount bekommen? Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an die Storys. Garandi, Dauerlocke. Da sind wir wieder, unser Mythisch-Boy. Und mittlerweile ist das Ding ja im Aha zu kriegen für 20 Gold oder so. Uff. Alter, ich habe einen riesigen Mückenstich am Hals. Habe mich gerade gewundert, warum es da so juckt. Uuuuh. Und dann nicht mitbekommen. Das ist auch immer gruselig, ne? Ist die jetzt in der Wohnung? Hat man sie wegen den Kopfhörern nicht mitbekommen? Oder, oder, oder? Die Angst ist da immer real. Kann das sein? So, jetzt gibt es Döner. Das freut mich, mal die Dungs. Das freut mich wirklich sehr zuhören. Leute, die First Try an Mount kriegen, denen sollen beim Händewaschen die Ärmel runterrutschen. Das sind aber ganz schön massive Drogen jetzt auch, oder? Also da distanziere ich mich aber. Irgendwann werde ich in diesem Chat mit Caps reinschreiben. Endlich habe ich Schade Sons, aber das wird noch dauern. Ich rechne auch mittlerweile, ich bin jetzt in so einer Phase, ne? Ich rechne mittlerweile bei jedem Kill damit, dass es endlich droppt. Bei jedem Bonus-Roll, den ich noch habe, denke ich mir, jetzt wird ATT singen und meine Mount-Sammlung erweitert. Aber nee. Ich brauche halt erstmal wieder die Phase, wo ich so richtig geistesabwesend hingehe und nicht mehr dran glaube, dass es droppt, ja? Und wenn ich dann angreife, wenn ich dann an wie gleichermaßen eingreife und sage, jetzt dropp mal hier, let's go, dann wird es wieder nicht kommen. Bis ich dann so gebrochen bin, dass ich wirklich nur noch hingehe und sage, okay, es ist ID Reset, es ist Shard Time, Daddy, okay, here we go, ja? Ja, und dann droppt es. Dann, wenn du selber nicht mehr damit rechnest, wenn du vergessen hast, wie du selber heißt, ja, dann wandert es in deine Tasche. Denke mal, ist von gestern, haben bis halb elf im Biergarten gesessen. Ja gut, das klingt dann auf jeden Fall wahrscheinlich, dass da auch mal so ein Mückchen vorbeigezischt kommt. Ich habe unbesiegbar schon dreimal bekommen, na, dann gebe ich dir 30 Sekunden Vorsprung, bevor der wütende Mob dich jetzt verfolgt, ne? Let's go. Freunde, einmal mit Magni reden, einmal mit unserem guten Sprecher von Azeroth talken und dann wollen wir weitermachen mit Argus. Ich kann hier gleich mal ein bisschen verticken, noch irgendwelche grünen Armschienen. Was ist dieses Inventar schon wieder? Verbotene Tinte, Junge, da sehe ich mich aber. Die verbotene Tinte. Die Mistviecher, Mücken, höre ich selbst mit Kopfhörern, echt, beziehungsweise werde nachts durch die Viecher geweckt. Er ist ein bisschen Fluch, aber auch Segen, muss man ganz klar so sagen, weil ich kriege die leider sehr selten mit, ne? Ich höre ja gar nichts, höre kein Klingeln, höre kein Feueralarm, Junge, einfach überhaupt gar nichts. Und ich bin ja auch allergisch gegen den Scheiß, deswegen würde ich die sehr gerne hören und würde dann sofort auf die Jagd gehen können, aber ich darf nicht. Darf nicht, kann nicht, mag nicht. So, es gab nicht einen Bonus-Drop. Ich raste komplett aus. Es gab einfach nicht einen Bonus-Drop. Dafür gibt es 300 Ketten und vielleicht ein Ur-Soll, Leute. Lootet mal ein Mount jetzt hier. Kommt mal mit so ein bisschen Liebe zum Detail. Wie wäre es? Ansonsten Hortenrun wieder ohne Bonus-Loot. Ganz traurig, aber so ist das manchmal. Bonus-Loot heißt Bonus-Loot, weil er selten Gutes tut. Gut, das ist leider die Wahrheit, ich würde es auch gerne anders formulieren, aber ich kann einfach nicht. Ich höre die so gut wie nie, dafür bin ich am nächsten Tag immer zerstochen. Also ich habe auch ein ganzes Fach im Badezimmer, was nur voll ist mit akut Stichbehandlung und hier irgendwie zum Einsprühen, ja, diese weißen Flaschen mit rotem Deckel obendrauf. Von wegen Anti-Zecken, Anti-Mücken, ja, und wenn ich dann auch irgendwie grillen bin im Sommer oder so bei der Family, im Garten, whatever, ey, dann bade ich da drin richtig, ja. Ja, ich gieße mir das über, ich nehme dann von mir aus noch einen Rucksack mit, ja, ich bin so ein Boy, ich bin einfach Backpacker beim Familiengrillen und sprühe mich dann alle drei Stunden nochmal ein, weil das ist so eine Scheiße, ja. Mückenstiche, das werden bei mir so richtige, richtige, was weiß ich nicht, halbe Eczeme, ja, mit irgendwie Blasen drauf und so, oh, nee, Bruder, das muss wirklich nicht sein, ja. Müssen dann, das Hören tauschen, Craft, wäre dankbar für etwas weniger Hörempfindlichkeit, ja, wir müssen das irgendwie mischen am besten, ne, dass wir das dann nur anwerfen können, wenn wir es gerade brauchen, so. So superkraftmäßig. Bin mal den Grill anfeuern, einen schönen Abend noch und allen Teilnehmern nachher viel Glück, bis morgen, Arterus, mach's gut, gutes Gelingen und so, du weißt Bescheid. Chaos Theorie, hi, mein Kumpel spielte 15 Jahre WoW und hat sehr lange versucht, unbesiegbar zu farmen. Ich habe vor ca. einem Jahr angefangen und ihm geholfen beim Farmen. Ich habe es irgendwann bekommen, aber ich habe es auch ihm feierlich überreicht. Ah, das ist natürlich schön, ne, teilen macht ja auch Freude, genau so. Gut, ich trinke was und dann gucken wir uns an, was ihr Schönes gebastelt habt. Ah, und bin natürlich gespannt, was wir so kredenzt bekommen. Wo fangen wir denn an? Hier außen bei Lynx und ich muss einmal mein Blitzschlagsschild deaktivieren. Lynx in einer wunderbaren lila Kombination. Wir haben hier unser Holy-Artefakt in einem lila Skin. Wir haben die Hexerschultern aus der Nachtfestung. Wir haben ein bisschen was vom Magier aus Legion. Und wir haben tatsächlich eine Menge freier Haut, die aber durch diese Knochenbemalungen der Troll Customize Option und der weißen Haare, also aufgrund dieser Kombination, finde ich, das fällt gar nicht so auf. Ja, weil der Fokus liegt auf dem lila und auch in der Brustrüstung haben wir so ganz viele weiße Linien, weswegen das so sehr schön ineinander übergeht. Und ich dachte eben beim ersten Gucken, das sind hier auch irgendwelche Rüstungsteile. Eine kurze Hose, ja, so schiefer Grau mit Weiß. Aber nee, das ist wirklich einfach die Bemalung, finde ich, sehr, sehr spannend. Mal ein sehr offenes Set, gerade für einen Priester oder in dem Fall eine Priesterin. Ja, ohne irgendwie die klassische Robe, ohne das klassische Licht, sondern mal mehr der Leere, mehr dem Verdorbenen, auch mehr dem Totenkult, ja, mit diesen knochenartigen Bemalungen zugewandt. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Finde auch nicht, dass das direkt in Richtung Slutmock oder so geht, sondern mag dieses aufgebrochenes Set eigentlich super gern. Also, coole Nummer. Sehr, sehr coole Nummer. Mone, Hallöchen, Sonntag ist hier Putztag. Lenkt mich ab, das Erdgeschoss blitzt jetzt und ist ein Minimalismustraum. Ach toll, so kann das sein zum Sonntag, oder? Sehr gut. Gurkenhobel mit Gnolde nach dem Suff. Ja, mit dem großen Hut, mit den zwei rausstehenden Augen. Gefährlich, gefährlich. Der Gurkenhobel, ja, ein schönes Paladin-Set mit vielen Teilen aus Legion. Ich meine, so ein bisschen was zu sehen von der Klassenhalle, vom Grabmal, aus der Nachtfestung. Dann haben wir hier, ich meine, ein älteres TBC-Schild, was so Richtung Sulaman geht. Ja, schon trollisch angehaucht mit diesen ganzen Geister-Insignien, die wir wieder kennen, ja, beziehungsweise Essenzen kennen wir auch von den Amani, von den Gurubashi, von den Zandalari, gerade von Wonsamdi und Co. Ja, diese Essenzen, die wir auch in den Shadowlands häufiger haben, die wir hier in der Mitte finden. Unten dann dieser Totenschädel, bisschen wilde Bemalung. Sehr, sehr freshe Nummer. Und dazu eine schöne Waffe aus den Shadowlands, würde ich sagen, mit diesen klassischen Verstrickungen. Hier so Oribos-mäßig, ja, alles ein bisschen geordneter, bisschen sauberer. Schöne Linienführung und das finde ich eigentlich ganz geil, mag auch den Ausgleich zwischen OK, Gold, Silber, Rot und hier oben noch eine Animationseskalation, ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr fresh. Das Einzige, was immer ein bisschen komisch aussieht, das sind die Trollfüße hier unten, ne, aber daran können wir uns jetzt stören oder nicht, wir können es auf jeden Fall nicht ändern. Sehr schöne Kombination und vor allem schön viele Sätze hier auch wieder durcheinander gemixt. Ich wünsche euch noch einen guten Drop, mal ein bisschen Sound zum Training, Kisano. Mach es gut, danke schön fürs Reinschauen. Wir haben Shyvana mit Vigo am Start und Shyvana ist das eine Anspielung an den LoL-Skin, wenn ich die Waffen so sehe. Wenn ich Mahagumea einen Link im Chat posten darf für die Vorlage, ja, macht das gern. Können wir gerade einen Permit haben für Mahagumea, weil Shyvana ist ja ein League of Legends Champ, habe ich auch früher sehr, sehr gern gespielt. Schöne Runde Jungeln und so, das war immer eine sahnige Geschichte. Und ich meine mich zu erinnern, dass diese Dame nicht nur so eine ähnliche Frisur hatte, sondern auch solche Faustwaffen, wie wir sie hier sehen. Deswegen ist das bestimmt so eine ähnliche Geschichte. Und ich meine, das war eine Drachendame, ja, die dann mit ihrer Ulti-Fähigkeit, sich auch in so einen Drachen verwandeln konnte, Api, Shyvana, ne, der ein oder andere weiß genau, wovon ich rede. Und das wird, denke ich mal, ein Skin sein, an dem das anspielen soll. Und jetzt müsstest du den Link posten können, genau. Dann schauen wir uns das gleich genauestens an, denn ich bin leider, Halbdrache, ja, sorry. Ich bin leider deutlich zu lang raus aus dem LOL-Universum, als dass ich da noch irgendwie hinterher wäre jetzt mit Skins und Co., die ich dazu ordne. Ein Typ hat 60 Chars auf 60 gelevelt in Classic ohne Quest zu machen. Da hat jemand viel zu viel Zeit, WTF, wenn das Homeoffice krittet, ne. Wundere mich nur etwas über die Zahl. 50 ist max, aber er hat 60 gelevelt. Ausgründen? Ja, für die Statistik, ne. 60 und 60 sieht ja ein bisschen schicker aus. Kann man machen, weil er hat da auch noch einen anderen Account angefangen oder so. Wer weiß das schon. Margo, mehr, du musst dann den Link bitte nochmal posten. Wenn du wieder kannst. Ja, müsste es, ne. 10 Sekunden ist, glaube ich, der Timeout beim Link. Das geht ja ruckzuck, hoffe ich zumindest. Und da ist er. Jawohl, sehr schön. Von der Artstation. Mal schauen. Ah ja. Ah ja, ich werde mal gucken, dass ich das eingeblendet kriege. Gib mir eine Sekunde. Und zwar hier Bilder. Boah, dann ist ja mal ein Hin und Her hier bei Streamlabs. Junge, kannst du keinem erzählen. Bild und dann einmal dieses hier. Ja. Das ist also der originale Shyvana-Skin aus League of Legends. Und das ist die gebastelte Ingame-Shyvana von Margo Mea. Also man erkennt durchaus die Bezüge. Es ist natürlich nicht eins zu eins jetzt darstellbar. Das ist schon klar. Ja, aber mit den elfischen Strukturen wie auch Texturen und diesem Faustwaffen-Aspekt, ja, die hier jetzt gewählt wurden mit dieser wunderbaren Shadowlands-Vorbesteller-Illusion, ist es doch eine Sache, die man, denke ich, sehr gut nachvollziehen kann, wenn man die Vorlage natürlich kennt. Und ich denke, das ist gerade auch mit dem Namen dann natürlich für eingefleischte Fans eine eindeutige Sache. Also sehr interessante Kombi. Definitiv mal was anderes. Ja, nice Nummer. Wir haben Fluxin, aber du hast doch noch Kostüme an hier, wollte ich sagen. Das war doch der Black-Tempel-Boss von unserem Transmorpher. Und Fluxin hat nicht nur eine sehr coole Gilde, sondern auch ein sehr reduziertes Set, vor allem in Sachen Farbe. Das dürfte ein Stab aus der Eiskronen-Zitadelle sein, ein bisschen lila illusioniert. Passt, finde ich, ganz gut zu diesen strahlend blauen Augen. Ja, diese kalten Farben, dieses hellblaue, das lilane, ja, das wirkt, finde ich, sehr, sehr schön. Und dann alles eben grau in grau. Ich meine eine Menge Legion, ein bisschen WOD zu sehen, ja, und wirklich Teile, die sich eben eher der Haarfarbe angleichen. Ja, da ist auch so ein bisschen blau mit drin, bilde ich mir ein, aber vor allem eben Richtung weiß und grau gehend. Und das finde ich bei diesem Set wirklich sehr, sehr cool. Kann gerade nicht mal sagen, welche Klasse du bist. Ein Magier. Ja, zufällig Frost. Wo ist denn mein FUI hier? Der ist Frost, ja. Und das macht natürlich dann auch nochmal Sinn. Da haben wir sogar noch so einen Klassen- bzw. Speckbezug. Sehr, sehr cool. Und hier sogar die kleinen Eiszapfen am Stab. Nice. Nach elf Stunden, 46 Minuten Dauerangeln auf der Insel neben Dala darf ich endlich ein Reittier, zwei Haustiere und zwei Spielzeuge mein eigen nennen. Kann keine Angel und Fische mehr sehen. Oh boy. Sogar die Minuten, ne, auf die Sekunde mitgestoppt. Ja, da musste man dieses Mana angeln oder so war das, oder? Habe ich, glaube ich, auch mal eine Weile probiert, aber nie so krass durchgezogen. Dickes GZ auf jeden Fall. Dickes GZ. Und wir haben Xai am Start mit dem Geringverdiener. Oha, wieso kratzt er sich direkt am Hintern? Was ist da denn los? Hör mal. Xai am Flexen. Donnerzorn. Schön die PvP-Illusion. Feinstes T3. TCG-Wappenrock. Also da ist auf jeden Fall eine Menge Gold, eine Menge Aufwand auch in diese Kombi gebuttert worden. Und das passt natürlich gerade mit dem Pose-Aspekt. Ja, wie die Faust. Boom. Aufs Auge. Herrliche Nummer. Okay. Leute, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Mitkommen. Vielen Dank fürs Zeigen. Hoffe, ihr konntet dennoch das ein oder andere Item gebrauchen. Ich bin zumindest meine Drops alle los geworden, wenn ich es richtig gesehen habe. und das bedeutet natürlich zumindest, dass die Sets sich so ein bisschen der Vollständigkeit annähren und das ist, denke ich, immer eine sehr, sehr gute Sache. Meinung zu Krakauer. Wenn ja, mit oder ohne Käse. Wenn, dann mit Käse. Also wenn, dann die komplette Gönnung von oben bis unten. Ja, herrlich. Zu dem Mana-Angeln. Wenn man da mehr Leute hat, geht es schneller, weil ein Item droppen kann, das für kurze Zeit die Mana-Drop-Chance erhöht. Ah, gucke. Deswegen gab es auch immer Gruppen im Tool, wie beim Garni-Angeln oder so. Dann hat der Teich so geleuchtet, dann hat man noch mehr rausgezogen. Da war was. Ja, Dankeschön für diesen Hinweis. Das ist völlig richtig. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein kleines Päuschen und gucken uns danach noch eine wunderbare Antorus-Runde auf Seiten der Allianz an. Und je nachdem, was die Uhr dann sagt, wir sind da ja flexibel. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht. In diesem Sinne, bis gleich. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Und dann sind wir wieder. Willkommen zurück in Good Old Arzoroth. Raus aus dem Artenwald. Rein in Tuworf. Ich wollte kurz mal die Post checken, weil Shion hat mich daran erinnert. Vorhin hat jemand geschrieben, ich habe leider nicht gesehen, wer, dass wir ein bisschen was zum Verlosen haben. Vielleicht haben wir noch das ein oder andere schöne Mount. Das werden wir dann heute höchstwahrscheinlich nicht mehr machen, weil das verbinden wir ja immer mit der Pause. Aber dann haben wir die schon mal gesicherterweise mit Amst Diesel. Joseph, hi. Kann der Sommer nicht so bleiben? Gechillte 20 bis 24 Grad, ein paar Wolken und keine plus 30. Ja, du, da wäre ich auch voll dabei. Wo soll ich unterschreiben? Ich unterschreibe auch mit Blut. Ich bin da sehr flexibel. So, wir haben ein bisschen Post, Spende, Fanpost. Ich bin mir unsicher. Ah, doch, 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 warte. Eine Sache habe ich nämlich abgeholt. Und zwar hier haben wir von Barbar Warlock einen wunderbaren Folianten bekommen für das grüne Hexerfeuer. Einziges Problem dabei, naja, Problem, den können wir nur auf Ereda verrollen. Den kann ich tatsächlich nicht irgendwie serverübergreifend handeln. Den könnt ihr nur auf einem Hexer hier auf Ereda haben und benutzen und auch nur für diesen Char dieses grüne Feuer freischalten. Hat mich aber sehr gefreut. Vielen Dank. Wir haben von Spence, haben wir ein paar Pets bekommen. Allerdings sind diese Pets, muss ich sagen, relativ unspeziell. Ja, die können im AH noch brauchbare Preise erzielen, sind aber aus MOP- bzw. TBC-Rates und können sich da sehr, sehr schnell gefarmt werden. Weswegen ich die höchstwahrscheinlich in unser Pet-Fach in die Gildenbank werfen werde. Und wer Bock hat, kann sich die da dann rausnehmen, weil die sind einfach nicht speziell genug. Das muss ich ganz klar so sagen. Deswegen vielen, vielen Dank für diese wunderbare Post, für diese wunderbaren Briefe. Die werden auch ein super Zuhause finden, aber ich denke, da bietet sich die Gildenbank dann noch am nächsten an. Und, okay. Hi, Craft, du hast dir nochmal Fanpost gewünscht. Du bist der beste YouTuber der Welt. Oh, Herzchen. Sweet. Okay. Und was hat der Bruder noch gesagt? Er sagt, gerne, alles klar. Gut, dann konnten wir das an der Stelle nochmal klären. Ich werde die Pets jetzt auch feierlich in die Gildenbank schmeißen. Also, wer sich die vielleicht direkt gönnen möchte, auf Nacken vom Spanster, kann sich die jetzt gleich mal rausziehen. Ich glaube, unser Haustierfach, das kann diese Pets gut gebrauchen. Jawollo. Und dann vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Briefe. Wir loggen erstmal um auf die blaue Seite und freuen uns auch da auf Antorus. Ich weiß nur noch nicht, mit was ich mitkomme. Ich denke, es wird der Hunter. Ja, weil ich brauche ja immer noch diese Kettenschuhe. So, mehr oder weniger. Ist eigentlich nur nochmal für ATT, ja, für das nächste Häkchen. Aber, ach, man will es ja haben. Kennt ihr das? Meine Shirts können ohne Probleme in den Trockner, laufen nie ein, aber die von Männe dürfen auf keinen Fall da rein, wenn ich nicht will, dass er mir bauchfrei die Adipositas bärtige Breitner macht. Oh boy. Habe ich tatsächlich keine Probleme mit, aus dem einfachen Grund, dass ich seit Jahren keinen Trockner mehr habe. Vielleicht hole ich mir mal irgendwann wieder ein, aber da hatte ich generell nie Probleme. Sowohl was das Waschen und das Einlaufen oder Verfärben angeht, als auch die ganze Trockner-Geschichte. Da bin ich immer wunderbar unterm Radar geflogen, was sowas angeht. Gute Sache. Das Saalor LFR ist eine Katastrophe. Das glaube ich sehr, sehr gern. Huhu, haui, hi. Kann ich mit einem 54er Charm mit? Oder muss der 60 sein? Nee. Nee, nee, der muss nicht 60 sein. Also wenn du sagst, ich habe nur einen 54er oder auch nur einen 50er, ja, dann kannst du auch mit dem mitkommen. Bei Anturus ist ja schon ein ganzes Add-on älter, muss man sagen. Ja, da ist das Scaling ein bisschen anders. Da wird auch eher, ich sage mal, dann so eine Low-Bird-Char wie deiner oder auch meiner. Ja, einfach ein bisschen einfacher ausgeglichen. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch mit den Loweren Twings mitkommen, solange sich das alles ausgleicht. Ja, wenn jetzt alle mit ihrem Stufe 50er mitkommen, könnte das schwierig werden. Aber solange sich das alles ausgleicht, ist das eigentlich kein Problem. Mecha Wipe bei 1% und die drei wichtigsten lieben bei 1%. Oh boy, das sind Schmerzen. Ali Nora mit 5 Monaten Lieblings-Streamer. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Dankeschön, hoffe alles gut bei dir. Wer mitkommen möchte, Ali-Seite, organisiert, benutzerdefiniert, L-O-H-L, Gruppe Lowell, serverübergreifend. Ja, ihr müsst nicht Stufe 60 sein und könnt euch dann hier super gern jetzt mit in die Runde schmeißen. Ihr müsst mich porten, Freunde, da führt kein Weg dran vorbei, denn mit den Chars, mit denen ich hier in letzter Zeit mitkomme, habe ich leider einen feuchten Forz freigespielt. Also fucking gar nichts. Und darum müssen wir uns da so ein bisschen gegenseitig porttechnisch unter die Arme greifen und hoffen, dass das dann alles so hinhaut, wie wir uns das vorstellen. Wenn ich mir jetzt einen Ali-Char machen würde, hätte ich Zugriff auf das Mock, das ich mit der Hordenseite schon gesammelt habe. Insofern das nicht irgendwas super Horde-spezifisches ist, was dann in der Regel umgewandelt wird, zu der jeweiligen Ali-Seite, dann solltest du auf alles zugreifen können, was du dir so erfarmt hast. Klassensets und Co., irgendwelche Quest-Belohnungen, wenn da jetzt nicht gerade das Hordensymbol drauf ist oder so, ja, sprich, dass für die Fraktion gelockt ist, ist das alles serverübergreifend. Damit sind wir fertig. Das ist sehr, sehr schön. Fertig im Sinne von Gruppe aufgebaut. Und das Einzige, was ich direkt mal mache, ist nur unsere lieben 50er in Gruppe 1 so ein bisschen tauschen, in der Hoffnung, dass wir dann auch ein paar 50er und 60er vor allem haben, die die Kristallmechanik spielen können. Wie immer, bitte daran denken, liebe Leute, nur dann porten, wenn auch wirklich alle da sind. Und, sagte ich, porten, ja, es wird wärmer, Leute, ne, da gehen sie dahin, die letzten Hirnzählen. Bitte einmal durchporten, vielen Dank. Wir haben auch ein Hexy, wir können auch drin porten und Bosse nur dann pullen, wenn wirklich alle da sind. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wie sich Craft nach all der Zeit noch immer keinen Soundknopf für die Ansagen gemacht hat, wie man die Gruppe findet. Ja, ich mache das gern noch selber, ne, so ganz mit persönlicher Note und solche Sachen. Gestern etwas übertrieben, habe einen Bummskopf. Ja gut, aber das zeugt ja dann von einem stabilen Abend. Na, da muss man dann leider durch. Also, ich kenne das leider sehr genau. Aussehen, äh, Geschichten eines guten Freundes. Und ich könnte auch drauf verzichten, aber das zeugt ja auch von einer schönen Aktion. Elinora mit nicht nur einer schön bezeugten Aktion, sondern nochmal schönen Aktionen an sich. Sahnige und frische, 10 wunderbare Abos direkt verschenkt hier. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Dankeschön, Dankeschön. Seht ihr, das geht sogar mit einem miesen, fiesen Kater, Leute. Der Wahnsinn. Dankeschön auch an Akriton für das wunderbare Subgeschenk. Vielen, vielen Dank. T-Mog am Ende. Können wir machen. Jawollo. Wenn wir sauber durchkommen, aber das muss ich bei Antorus eigentlich nicht sagen, weil das ist eigentlich die Norm. Ja, dann können wir uns auch gerne, gerne ein bisschen T-Mog angucken. Absolut. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich mal zwingen muss, WoW Retail zu spielen. So viel Spaß an TBC, Meppo, oder einfach generell gerade nicht so Bock. Man weiß es nicht. Hat sogar geschrieben, Rest-Alkohol-Missklick in Coming. Ich wollte eigentlich Pizza bestellen, alle. Und dann zack, einmal durchabonniert. Ganz Twitch-Rums. Das wäre dieser anders miese Missklick. Vielen, vielen Dank. Mal so eine Idee in den Raum geworfen, falls später noch Zeit ist, anstelle von noch einer Runde vielleicht eine Runde skribbeln. Ja, mal sehen. Kommt dann halt ganz stark darauf an, wie viel Zeit noch ist. Oder eben auch nicht. Und dann können wir uns das so legen und drehen, wie wir wollen. Und vielleicht machen wir auch beides, aber beides könnte schwer werden, weil heute Abend ist ja auch nochmal eine Runde Pokémon Go. Pokémon Go, Alter. Pokémon Snap natürlich. Ja, da wollen wir hingehen dann zu dieser Runde, aber Pokémon Go spielen wir nicht. Ich erzähle euch aber, wie ich gerade auf Pokémon Go komme. Ich habe nämlich die letzten Tage mit meinem Cousin und meiner Cousine geschrieben. Ich habe ja ganz viele davon, von diesen Cousins und Cousinen. Aber das sind die, die in meinem Alter tatsächlich sind, mit denen ich dann immer noch ein bisschen dicker war. Also ich war immer der Dicke, aber untereinander quasi. Und mit denen habe ich gesprochen über Pokémon, weil ich ja so ein bisschen rumsnappe. Oh, ne, gute alte Zeit und all solche schönen Geschichten. Und da kamen wir dann auf das zu sprechen, was der ein oder andere von euch in einem der letzten Snap-Streams auch erwähnte. Denn bei Pokémon Go gibt es so ein Krypto-Event. Und Krypto-Pokémon, die sind in der Regel so schwärzlich gefärbt oder so lila, so evil. Ja, ein bisschen böse, böse Aura. Und da soll es so ein Krypto-Huo geben. Und da habe ich dann gesagt, ey, ihr spielt das doch safe immer noch. Ihr seid doch genauso stinkende Nerds wie ich. Ihr seht nur nicht so aus, habe ich dann gesagt, aber ich kenne euch. Ich durchschaue euch. Schickt mal ein Foto von diesem Krypto-Huo und dann kam es auch. Keine fünf Sekunden hat es gedauert. Als hätten die drauf gewartet, ja. Endlich fragt mal, wer nach Krypto-Huo. Boom. Und sah geil aus. Und genau da war gerade mein Hirn irgendwie. Weil ich immer noch an dieses Krypto-Huo denke, Leute. Deswegen existiert für mich nur noch Pokémon Go. Obwohl es gleichermaßen gar nicht existiert, weil ich scheiße einen Batzen drauf. Das ist so gerade der Zweikampf in meinem Herzen. Florian, zweiter Monat. Dankeschön. Vielen Dank. Die Trockner-Frage kam nicht von ungefähr. Bin jetzt stolze Besitzerin eines Witcher-Shirts. Männer ist der unfreiwillige Ex-Besitzer. Ja, manchmal kommt das Glück eben unverhofft, oder? Wie schön. Wie schön, wie schön. Zumindest für dich. Hau mal Freundescode raus. Ach Mann. Ja, wenn wir dann Mario Kart mal spielen wollen und ihr dann natürlich auch alle eine Switch habt. Das ist klar. Jeder Einzene gerade. Dann müssen wir sowieso die ganzen Nintendo Switch-Codes und so tauschen. Junge, da bin ich dann auch den ganzen Nachmittag nur dabei, irgendwelche Zahlen einzugeben. So ein Ding wird das dann. Und hatte ich das erzählt? Ja, bei Pokémon. Aber bei Pokémon sind immer nicht ganz so viele da. Wir haben einfach eine Switch und wir haben keinen Mario Kart. Das war krass. Da bin ich zu Chirun gegangen den Abend und hab gesagt, naja, pass auf. Ich will ja jetzt Pokémon Snap-Finale machen und dann würde ich ganz gern das Pokémon Schwert DLC spielen abends. Und dann würde ich eigentlich ganz gern mal mit den Pimmlern, mit den Stinkebibern, würde ich so ein bisschen Mario Kart mal spielen und alle abziehen. Einfach gnadenlos durchrasieren. Bam, bam. Ja, ist natürlich logisch. Und dann meinte sie, ja, wir haben keine Mario Kart. Nicht so wie. Kennt ihr diese Spongebob-Folge, wo Taddeus die Nase abfällt und er dann so guckt und die Luft so aus seinem Kopf entweicht? So stand ich dann da. Wie, wir haben keinen Mario Kart. Ja, nee, wir haben Witcher, hat sie gesagt. Ich so, welcher Hölle? Wie, wir haben Witcher? Habe ich dann gesagt, ja. Und sie meinte dann auch, und das war so das Gespräch und ja, das heißt, ich werde demnächst noch Mario Kart holen. Weil das geht ja nicht. Wenn das Nintendo mitbekommt, oh boy, dann wird mir die Switch aber nachts irgendwie geklaut. Oder die schicken Leute mit Knüppeln und schlagen die dann kaputt oder so. Ich weiß es nicht. Weil ich dachte immer, das ist der Standard. Ich habe mir dann sagen lassen von vielen, die dann Nintendo-mäßig natürlich am Start waren, dass sie auch kein Mario Kart und so haben. Und da ist erstmal mein Stereotyp-Bild vom typischen Nintendo-Gamer zerstört worden. Weil ich immer dachte, ja Mario, das ist einfach sobald du irgendein Nintendo Handheld, ein Gameboy oder eine Switch kaufst, wächst dir sofort so ein Schnauzbart und du trägst so eine rote Mütze. Und dann, it's a me oder so. Aber das passiert irgendwie gar nicht. Und plötzlich meinen alle, ja ich zock nur Zelda und ich zock eigentlich nur Pokémon. Und wer ist überhaupt Mario, ne? Keine Ahnung, ist das irgendein Boomer-Ding? Ey Leute, habt ihr schon gehört, hier für die Switch gibt es irgendwie so ein Mario-Game. Das ist irgendwie der übelste Newcomer im Gaming. Habe ich noch nie gesehen. Richtig nice. Ja, ich bin neun Jahre, wieso fragst du? Und da war ich erstmal ein bisschen perplex. Das ist meine persönliche Mario Kart Geschichte. Großartig, oder? Großartig. Mein Switch-Geld liegt bei dir in Form von Subs. Sehr gut. Also damit kann ich auch sehr gut leben, muss ich sagen. Das ist Option 2. Ja, die beiden werden wir dann entsprechend freigeben. Habe auch kein Mario Kart und meine Switch seit Schwert-Release nicht mehr angefasst. Das ist auch schade, oder? Ihr habt Witcher auf der Switch, was ist denn da los? Ich weiß es auch nicht, du. Ich konnte es mir auch überhaupt nicht erklären, aber es ist einfach passiert. Habe ich aber auch noch nie gehört. Eine Konsole von Nintendo und kein Mario Kart. Das ist erstmal so ein bisschen Kulturschock, oder? Ist erstmal, man sitzt so da und kneift sich so ein bisschen und guckt, ne? Träume ich noch, oder was ist passiert? Aber ja, es ist wirklich die Realität. Ganz, ganz famos. Bei Craft ist statt der Nase was anderes abgefallen. Und dann schön so eine Ballonhose, weißt du? Weil die Luft dann so entweicht. Ja, großartig. Okay, genau so war das. Sind alle da? Wir wollen jetzt nämlich die Hunde angehen. Lieber Allianz. Und wir brauchen mal wieder einen Hunde-Drop. Das ist klar, ne? Wir brauchen jetzt, damit was der Horde auch mal zeigen, wie das geht, brauchen wir mal wieder einen richtigen Hund jetzt hier in unserer Tasche. So nämlich. So nämlich. Wie kann man überhaupt mit einer Quale feiern? Ich muss auch mal wieder Spongebob gucken. Oh, letztens irgendwie, wo ich ins Bett gegangen bin und Shiroon meint, ja, ich zocke noch ein bisschen. Da habe ich dann auch schön durchgesappt, ne? Habe irgendwas gesucht. So, ich brauche immer so ein bisschen Dudelei beim Schlafen, ja. Und war dann bei Spongebob und es waren so unglaublich dumme Folgen. Wieder schön alt, so richtig, ne? Flashback. Ich war wieder im Schlafanzug, acht Jahre alt, auf dem Sofa. Mit einer Schale Zinni Minis. So nämlich. Der Real Shit. Und ich dachte dann auch, ey, es ist so dumm. Es ist so unglaublich hohl. Ich liebe es einfach, ja. Und da bin ich dann nochmal hängen geblieben. Und habe mir einfach eine halbe Stunde schön morgens um zwei Spongebob-Wiederholungen reingepfiffen, ja. Und habe dann auch geschlummert wie so ein Baby einfach. Richtig herrlich. Könnte safe ich sein. Zelda und Pokémon. Ja, du bist ja abends auch immer da gewesen, ne? Das warst du höchstwahrscheinlich. Also nicht nur du, aber ja, das sind ja die üblichen Verdächtigen dann, ne? Bei den Pokémon-Streams auch. Mit denen wir dann über diese schönen Geschichten reden. Wulbart, hi. Aber wenn du Mario Kart kaufst, kannst du auch direkt Mario Party mitbringen. Ist dann doppeltes Freundschaft ruinieren. Und dann gleicht sich das wieder aus. Dann hast du zweifach ruiniert. Jetzt hast du vielleicht auch nochmal uriniert. Da müssen wir im Detail nochmal drüber reden. Und dann hat man ja wieder was Positives, ne? Aber was habe ich jetzt letztens auch gelesen? Meine Cousine, wie gesagt, die kann mit Computergaming gar nichts anfangen. Aber ihr Freund ist auch Full-Konsole. Die haben auch alles. Ja, irgendwie eine Wii, eine Xbox, eine PS4, eine PS5. Die haben vermutlich schon eine PS6-Lista. So sind die unterwegs. Und da hat sie auch gesagt, ja, hier, du warst doch so mega Ratchet & Clank-Fan. Das hast du doch früher immer gespielt. Und ich so, ja, das ist richtig. Und sie so, ja, da kam jetzt das Neue. Und ich so, ja, das ist richtig. Und sie so, ja, wieso kosten das 70 Euro? Ich so, wahr? Kostet das 70 Euro, das neue Ratchet & Clank? Was ist denn da los? Da musst du ja mittlerweile Kredit aufnehmen, hör mal, für PS5-Spiele. Da kommen immer die Konsolengamer um die Ecke und sagen, oh, ich kaufe mir eine Konsole, die muss ich nicht immer nachrüsten, wie beim PC. Und dann kosten die Spiele erstmal, weißt du, 7000 Euro. Ja, das ist der Standardpreis. Finde ich viel, muss ich sagen. Also für Ratchet & Clank würde ich auch mein letztes Hemd verkaufen. Das ist einfach Liebe, ja, die ganze Reihe. Ja, aber 70 Euro, muss ich sagen, ist schon knackig. Weil, wenn ich jetzt mal zurückdenke, wo ich dann früher als kleiner Pimpf mit meinem Taschengeld in den Elektronikladen gegangen bin, um mir Ratchet Gladiator für die PS2 zu kaufen oder GTA oder was weiß ich, so Hardcore-Shit wie 101 Dalmatiner für die PS1, ja. Da bin ich halt rein, hab 20 Euro bezahlt oder so und Feierabend, ja. Aber 70 Euro, boy, da lachen nicht die Eltern ja aus. Wenn du das zu Weihnachten irgendwie haben willst oder so. Kriegst du den Fahrrad, weißt du, kostet dann nur doppelt so viel. Ne, finde ich krass. Also ist sicherlich auch alles gerechtfertigt und so, ja. Aber, puh, da dachte ich auch erstmal, wo kaufst du denn einen? Sag mal, wo kaufst du denn einen, dass das 70 Euro kostet? Weiß nicht mehr, wie die heißt, aber war die Folge, wo er den falschen Bus nimmt? Ja, Rock Bottom. Ganz allein in so einer gruseligen Stadt war und nicht nach Hause kam. Ey, ich hab irgendwo, ich hab irgendwo ein ganz altes Spongebob-Game. Das war schon so 3D-mäßig und da musste man den Krabbenburger finden. Das hab ich von meinem Onkel bekommen und das war auf Englisch. Es gab keine Guides zu diesem Game. Es war nur auf Englisch und ich war in der vierten Klasse. Und ich hab's irgendwie geschafft, dieses Game durchzuspielen. Und es war so geisteskrank. Weil ich hab halt nicht verstanden, was da abging. Es war so Point and Click, ja, du musstest dann irgendwie einen Krabbenburger finden und zusammenbauen und so. Das hab ich mir irgendwann zusammengereimt. Und dann kamst du aber völlig zusammenhanglos irgendwann in diesen Markt rein. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der Markt heißt, wo auch dieser Fisch steht, dieser Fischverkäufer, mit dem er befreundet ist. Wo es diese eine Folge gab, wo er so ein Foto dabei hatte vom ersten Tag des Verkäufers, ne. Und dann hat er das so hochgehalten. Ah, wie am ersten Tag. Und dann war er komplett geschändet vom Leben, ne. Er war einfach geschändet vom Leben. Pokémon, ne, Spongebob jetzt. Wir sind bei Spongebob wieder. Ich spring grad ein bisschen, Freunde. Es wird kompliziert, ja. Und dann ist man in diesem Spongebob-Game, in diesen Markt rein. Und ich wusste, wie gesagt, nicht, was da abging, ne. Und dann stand da Mr. Krabs und war nackt. Und ich sitze da so und denke, wait. Was denn jetzt? Und er war halt komplett nackt. Und da, wo sein bestes Krabbenstück wäre, da stand halt irgend so ein Fass mit, was weiß ich nicht, irgendwelchen Bonbons oder so. Im Laden halt, ja. Und es ist schon echt ein weirdes Erlebnis, wenn du das Game soweit gespielt hast, ohne auch nur einen Satz richtig zu verstehen. Und dann denkst du, ey, Spongebob cool. Und dann ist Mr. Krabs einfach nackt. Und du weißt nicht mal, was du tun sollst. Und stehst dann da und redest immer wieder mit Mr. Krabs, der nackt ist. Und irgendwie verfolgt mich das bis heute, Mann. Und ich weiß nicht mehr, was sonst in dem Spiel abging. Aber das verfolgt mich bis heute. Oh, damn. Ja, ich muss mal gucken, ob ich das finde. Vielleicht finde ich es irgendwo in meinem alten CD-Disc, was auch immer, Haufen. Ich habe den ganzen Kram aufgehoben, ja. So die ganzen alten Verpackungen hier. Diablo, WoW Classic und TBC und was man alles so noch rumliegen hat. Nicht die Deluxe Editions, aber halt diese Packungen. Ich habe nicht mal mehr ein CD-Laufwerk im Rechner. Aber das ist alles noch irgendwo verstaut im Keller. Muss ich mal gucken. Weil dieses Game, ohne Witz, das müsste ich eigentlich irgendwie als Special nochmal streamen. Weil das war richtig krank. Das war richtig krank auf jeden Fall. Dann können wir Traumabewältigung zusammen machen. Sorry, aber wenn man eine Nintendo-Konsole hat und kein Mario Kart, dann hast du die Kontrolle über dein Leben verloren. Ja, ich weiß. Deswegen will ich das erändern. Deswegen will ich es erändern. Ach, Mensch. Ist immer so. Kaum was Neues. Oder kommt was Neues. Direkt Haus verkaufen, wenn du zocken willst. Genau so. Ja, alles muss raus. Oh boy. Da war ich schon ein bisschen schockiert. Weil ich auch, ich bin ja kein Konsolengamer. Da habe ich diese ganzen Entwicklungen ja nicht mitbekommen. Die Relationen, ja, die sind mir sowieso fremd. Und fand ich ein bisschen strange auf jeden Fall. Das waren auch Zeiten, wo man Games noch 5 bis 10 Gigabyte groß hatte. Warzone gefühlt 300. Yo. Da dachte ich, oh, ich gucke nicht richtig. Ist so. Wobei man natürlich Geld sparen kann, wenn man statt USK-Version die Piggy kauft. Sind auch auf Deutsch, kosten aber meist 5 bis 10 Euro zum Start weniger. Gilt auch für Switch und Xbox-Spiele. Gucke da. Der Sparfuchs-Move. Wild. Aber Mr. Krabs ist doch ein Roboter. Ja. Gib mir die Formel Joni. Oder wie war das mit dem Ritual? Schön die Soße auf die Spaghetti drauf. Ach toll. Die Geheimformel. Beispiel, wenn man jetzt im Nintendo eShop zum Beispiel Animal Crossing kauft, kostet dich das 60 Euro. Die Spiele der PS4-ETC haben eine Zeit lang auch nur 60 gekostet. Ja gut, das wird natürlich auch entsprechend angepasst. Und wenn man dann auch mittlerweile mehr bekommt für die Games, ja gut, dann können die natürlich auch nicht mehr 20 Euro kosten. Das hat sich ja auch alles verändert. Sei es die Game Time, der Aufwand, die Leute, die da dran arbeiten, die wollen ja auch alle bezahlt werden. Ich denke schon, dass das irgendwie sinnig ist. Spongebob, der gelbe Rächer, sieht nach Point & Click aus. Nee, das hat er auch, äh gut, was wäre das dann? Yellow Avenger oder so? Nee, 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 das hatte gar nicht. Hatte das überhaupt einen eigenen Namen oder war das nur Spongebob, das Game? Ich weiß noch, das war auf der Hülle. Bilde ich mir ein, das war so ein braunes Boot als Rahmen und er sprang dann da einfach so auf einen zu und im Hintergrund war Bikini Bottom. Aber an mehr erinnere ich mich nicht. Ich muss es halt mal suchen und ich werde es auch finden. Jetzt weiß ich ja genau, wie es aussieht. Choochill wird nix toppen. Nee, Choochill war ja auch wirklich nochmal anders krank. Also was da abging, das kann mir ja bis heute keiner erklären. Nicht mal der Entwickler. Die Spiele kosten in den Stores so gut wie immer mehr Geld als im Laden. Nicht Amazon. Schön mit Caps nochmal dazu. Nicht Amazon. Erstmal Spongebob gucken, oder? War jetzt blöd von mir, das anzusprechen. Direkt Zuschauer einmal halbiert alle Spongebob gucken. Aber die hole ich alle zurück, wenn ich das dann streame. So nämlich. Gut, Leute. Folgende Frage. Kann in Gruppe 1. Das ist sehr, sehr lieb. Aber wir müssen erstmal gucken, ob jemand überhaupt raus muss aus der schönen Gruppe 1. Await 50 never mind. Siehste? Nochmal Doppelcheck hier einwandfrei. Ja, Leute. Dann die Frage wie immer. Wenn jemand in Gruppe 1 ist und die Kristallmechanik nicht kennt, nicht spielen kann oder, oder, oder. Dann flüstert mich gerne an und dann packen wir euch in eine einfachere Gruppe. Ansonsten Gruppe 1 muss laufen. Na, das ist klar. Wenn wir da verkacken, dann sterben wir alle. Und das wäre kacke. Bitte raus aus Gruppe 1. Das ist gar kein Problem. Dann erkenne ich zufällig noch wen oder hat noch wer geschrieben? Äh, bisher nicht. Bisher nicht. Wenn jemand, Freunde, wenn jemand noch einspringen kann, dann bitte einmal kurz melden. Bisher hatten wir nur den Sengel. Bist du Sengel-Bengel? Tatsache, der ist Level 50. Da hat er gesagt, eh, lieber doch nicht, du. Lieber doch nicht. Ellie, dankeschön für das Shearing. Liebe für Spongebob. Großartig. Kann in Gruppe 1 aushelfen. Super. Dann würden wir Filla oder Teldrissa. Ich nehme mal Filla. Weil der ist einfach Stufe 60. Für die Sicherheit. Dankeschön, dankeschön. Was muss man genau in Gruppe 1 machen? Man muss die Kristalle spielen. Also ich kann es ja auch nochmal erklären. Pass auf, ich erkläre es einfach nochmal. So machen wir es. Gruppe 1 spielt also die Kristalle vorne beim Boss. Gruppe 2 verteidigt unten bei X. Gruppe 3 und 4 verteidigen am Eingang bei Blau. Und Gruppe 5 verteidigt oben bei Positionen Violett. Gruppe 1 sammelt sich hier vorne bei mir. Und hier hinter dem Boss spawnen regelmäßig 4 Blüten. Wenn wir in diese Blüten reinlaufen, dann werden wir geportet und landen dann auf einem Raumschiff. In der Mitte dieses Raumschiffes befindet sich ein Mob. Töten wir diesen Mob, werden in den Ecken des Schiffes 4 Kristalle frei. Wir sind 4 Spieler, jeder geht zu einem dieser Kristalle, klickt ihn an, deaktiviert damit den Cast, der uns alle one-hitten würde. Und danach hüpfen wir aus dem Boot wieder raus, aus dem Raumschiff. Suchen uns den Ausgang, gehen dahin, benutzen unseren Button, springen hier wieder runter und warten auf die nächsten Blüten. Dann kommen die nächsten Blüten, wir gehen wieder rein, teleportieren uns in das Raumschiff, töten den Mob. Jeder nimmt einen Kristall, wieder raus, hüpfen, wieder warten. Das ist quasi das, was Gruppe 1 macht. Das kann sich Spellcasten jetzt einmal ganz genau mit ansehen, wie gleichermaßen mitmachen. Und sollte es passieren, ist gar nicht schlimm, kommt hin und wieder vor, weil wenn man es das erste Mal macht, kann das verwirrend sein. Sollte es passieren, dass Spellcasten uns umfällt, dann kann Teldrisser ja super gerne uns schnell einspringen. Einfach ein Auge drauf und dann läuft das. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Später T-Mock können wir machen, jawoll. Und dann mache ich einfach mal einen Ready-Check. Und wir gucken uns das genauso an. Ist eigentlich nicht schwer mit den Kristallen. Ja, aber es gibt immer mal so ein paar kleine Problemchen, kleine Orientierungsmängel, nenne ich es einfach mal. Insgesamt menschliches Versagen, das sehe ich zumindest immer wieder bei mir selber. Und wenn wir dann Leute haben, die einspringen können, ist das alles gar nicht schlimm. Aber die Mechanik muss gespielt werden auf Mythisch, weil wenn dieser Laser durchkommt und wir den nicht unterbrechen, alle one hit. Ja, boom. Da hilft keine Bubble, da ist einfach alles kaputt. Früher war es eh oft so, dass Spiele nicht übersetzt wurden. Die Super Nintendo-Dinger waren, meine ich, alle auf Englisch, ne? Das ist früher häufiger passiert, das stimmt. Ich weiß nur, dass die Spongebob-Aller Spongebob-Spiele damals deutsche Namen hatten, aber voll auf Englisch waren. Man kauft im PS-Store immer zwei Lizenzen und kann die Spiele dann mit jemandem outzeilen. Ich lasse meinen Bruder immer mitschnorren. Das ist natürlich super. Natürlich dann ein fairer Ausgleich, irgendwie bilde ich mir ein. Cool. Und das stimmt, ich hatte auch ein Game für den, das war noch nicht mal Nintendo DS, das war noch Game Boy Advance war das noch. Advance und SP war, glaube ich, die Teile. Und da, da, da hatte ich auch ein Spongebob-Game. Das war auch super simpel, irgendwie hüpfen und angreifen. Das war im Grunde Super Mario mit Spongebob, so. Und das war auch alles Englisch. Und da wusste ich dann auch immer nicht, was da gerade abgeht, aber, ich meine, so eine Lebensanzeige, die hat man immer erkannt, ne? Und man wusste ungefähr, gut, jetzt kann ich angreifen, jetzt soll ich hüpfen und so. Es ist irgendein Seeigel, der ist gefährlich, ne? Das ging dann noch, aber wenn es dann ein bisschen kompliziert wurde und man irgendwelche Dialoge auswählen musste oder so, dann war ich natürlich verloren, ja. Da war ich einfach lost. Meine Spiele als Kiddie, Pong, Sokoban, Summer Olympics und Winter Olympics und Baby Joe will nach Hause. Wir hatten doch nischt. Oh, wir hatten ja nischt, ne? Außer Baby Joe eben. Wo wir schon bei alten Konsolen sind, habe Glück gehabt. Der Advance vom Kollegen läuft und ich darf ihn nun meinen eigenen. Nice! Ja, hast du erzählt, ne? Für die guten alten Pokémon-Zeiten. Kann ich bald wieder Rot, Blau, Gelb und Kristall spielen. Und Tetris, sehr cool. Slippy, hallöchen. Grüße, Grüße. So, das lief doch wunderbar. Freunde, ein Tipp noch von mir. Dieser rote Kristall, der ist am schlimmsten. Jede Farbe gibt euch immer irgendeinen Debuff, ja. Der eine bringt euch zum Schweigen, der nächste stackt einfach Schaden oder, oder, oder. Und der rote, den müssen wir immer ein bisschen aufteilen. Ja, also immer gucken, dass nicht einer irgendwie dreimal den roten hat, weil, guck mal, was mit dem passiert. Man hat so eine Aura und kickt sich dann selber und alle in der Nähe hoch. Und wenn einer, wenn einer zu häufig diesen roten nimmt, dann kommt dieses Hochkicken immer häufiger. Also, das wird dann nicht verstärkt mit jedem Kristall, ne? Sondern, das kommt dann einfach mehrmals hintereinander. Und dann kannst du irgendwann nicht mehr laufen und fällst um. Deswegen bei den Kristallen, eben super gespielt. Ja, aber bei dem roten gucken, dass wir den immer so ein bisschen aufteilen, weil sonst ist man irgendwann einfach chancenlos, ne? Ja, aber bei Winter Olympics war ich mega stolz auf mich selbst, als ich zum ersten Mal Skispringen, also den Skispringer lebend runtergebracht habe, ja. Es sind die kleinen Erfolge, die man auch feiern muss, ne? Absolut. So, wo müssen wir denn hin? Hier ist ein blauer. Wunderbar, das war ja noch gutes Timing von mir hier gerade. Aber wir scheinen dort rüber zu müssen. Ja, dann machen wir mal eine Flitzung. Sehr schön, sehr schön. Erklär das bitte nochmal. Wie war das jetzt hier mit Kristallen irgendwie und Blumen, die mich teleportieren? Das ist wie so ein Fiebertraum auch so ein bisschen, der E.O. Nervheit, ne? Das stimmt leider. Deswegen kosten die eigentlich immer 70 Euro, auch wenn die schon ein paar Jahre alt sind. So als Ausrede, ja, kann man immer sagen. Es sind im Grunde dann zwei Games. Lul. Aber das fand ich schon super nice und da musste ich das eine Mal ja auch zuschlagen, als sie in diesem E-Shop dann auch wirklich Pokémon Gelb und so hatten, ne? Und dann konnte ich schön auf meinem 3DS Pokémon Gelb zocken. Oh, das war auch geil. Das war, glaube ich, ein 10er. Aber den habe ich sehr, sehr gern dahin geblättert, ne? Und Nintendo ist immer ein bisschen räudig zum Kaufen. Da musst du immer erst irgendwelche Punktekarten oder so holen, weil das irgendwelche Codes, ne? Und dann da umwandeln, ein Guthaben und dann kannst du kaufen. Und das war immer ein bisschen nervig. Aber gut, alles für das Pikachu. Guck gleich mal auf Twitter. Ich glaube, ich habe das Spongebob-Spiel gefunden, was du meintest. Warte, ich habe ja gerade einen kleinen Moment, weil gerade die Blüten nicht kommen. Ich schaue mal gerade. Ist es das? Ne, das ist es tatsächlich nicht. Aber es gab so viele Spongebob-Games. Es gab auch Battle of Bikini Bottom oder so, was auch mega geil war, wo man super viel mit diesen Seifenblasen machen konnte. Irgendwie so ein Torpedo und irgendwie so ein Sprungbrett oder so. Und das waren so tolle Level. Da gab es doch sogar ein Remaster, oder? Vor gar nicht allzu langer Zeit. Ey, das waren schon geile Spiele, auch die Spongebob-Games, wirklich. Die habe ich auch gesuchtet wie sonst was, weil die so viel Spaß gemacht haben. Mega cool. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Aber ich fühle auf jeden Fall, wie viele tolle Games es gab und vielleicht immer noch gibt. Wer weiß. Wenn wir über alte Games reden, habe gestern meinen Keller leer geräumt und meinen alten Game Boy gefunden und ich dachte, er wäre weg. Der funkt sogar noch. Kack auf PC, jetzt wird erstmal Game Boy gezockt. Schön aufs Sofa, irgendwie vor die Glotze und Attacke. Gibt im eShop SNES-Spiele als Gratis-Download für die Switch. Gucke da. Und NES, das ist natürlich cool. Sehr nice. Jo, Nintendo war in dem Punkt immer komplizierter, äh, war in dem Punkt immer komplizierter, als es sein müsste. Hab auch auf meiner Wii noch das allererste Kirby-Spiel. Jo, weiß ich auch noch, wo sie immer so gedanced haben. Gut, keine Ahnung, ob die das heute noch machen, aber wo, wenn man die Bosse besiegt hat, ne, die immer so ein bisschen getanzt haben. Das war immer wild. Schlacht um Bikini Bottom war auch einfach geil, wenn man Sandy spielen konnte. Ah, Weird Fetisch auf jeden Fall. Aber ja, das waren einfach grandiose Games. Ja, richtig mit Mechanics und, ah, Junge, war schon cool. Also auch für die damalige Zeit war das schon echt cool und komplex. Gerade auch dieses Character-Wechseln und jetzt mal mit Patrick eine Runde oder mit Spongebob oder eben Sandy und dann hatte man tatsächlich auch so mehrere Strecken zum Muschelsurfen oder was das war und, ach, das waren gute Games. Da habe ich jetzt echt Bock drauf. Scheiße, Mann. Scheiß auf 9.1. Erstmal Spongebob. Lul. Ne, so krass dann doch nicht, aber mal sehen, ne. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Ich wollte früher immer Mario Kart auf dem Nintendo spielen, aber ich hatte keine Freunde und kein Nintendo. Ja, das ist dieses andere traurige Trauma, was dann da einfach kickt, ne. Sad life. Leute, das war die vierte Runde und die vier ist ja die magische Zahl in diesem Bosskampf. Das bedeutet, wir haben es tatsächlich geschafft. Shoutout an Gruppe 1. Besonders an unseren Spellkasten, der das hier aber sowas von sauber in der Premiere durchgezogen hat. Keine Selbstverständlichkeit. Sehr, sehr cool. Das Eier-Minispiel. Ja, oder Minispiele. Yo, Minispiele in alten Games, ne. Wo man noch gar nicht auf so Begriffe wie Sidequests oder so kam, sondern, ja, wir haben hier so ein paar Minigames. Minigames, ne. Sehr wild. Kirby war das erste Gameboy-Spiel im Hause Gnolde, weil meine Schwester sich ein Gameboy und Kirby von ihrem ersten Azubi-Gehalt gekauft hat. Ach schön. Und dann ein Spaß für die ganze Family, oder? Wunderbar. Okay, Leute, wir sprechen mit der Weltenseele. Wir porten uns dann zu diesem Ort hier, quatschen da vorne mit diesen Lichtgolems, mit diesen Lichtpanzerungen und fliegen dann zum nächsten Portpunkt, wo wir uns dann danach beim Auslass sammeln. Liebe Mönche, haben wir überhaupt welche? Ne, oder? Natürlich haben wir keine. Wenn ich wieder Monk-Teile bekomme, ne, oh boy, dann kriegen wir keine Mönche in der Gruppe. Sad life. Wie man einfach in jeder Spongebob-Folge ein Meme findet, ich liebe es. Yo, das ist auch immer wild. Wenn ich irgendwelche gefühlten Klassiker-Filme oder Serien schaue, ne, und dann kommt so eine Szene und ich denke so, hä, wieso kennst du die? Yo, es ist einfach irgendein Meme. Echt? Es ist einfach ein Meme, oh boy. Also, Mechadrill von damals im Spongebob-Game. Das heißt, der kleine Gnome hat uns alle Jahre verfolgt. Ja, eigentlich ist das Plankton, ne? Sad. SNES Zelda Link to the Past habe ich dann gleich mal wieder angezockt nach zwei Stunden Nackenschmerzen. Oh toll. Ja, da muss sie auch gegönnt werden, oder? Manchmal habe ich auch so einen kleinen Nostalgie-Trip. Irgendwie nicht bei Classic und TBC, sondern noch älter. Ja, wirklich Gameboy, die alten Pokémon-Editionen. Und das mache ich auch gefühlt einmal im Jahr so die ganzen Pokémon-Editionen durchgucken und schauen, ne? Was habe ich da so gehabt? So mein allererstes Tornuptu habe ich immer noch und so weiter, ja? Das sind schon sehr, sehr sweet Erinnerungen, muss ich sagen. Das macht immer mal Laune, so ein bisschen. Durchlunzen. Die Games meiner Kindheit waren auf dem PC, Black & White und Gothic 1 und 2 auf der PS1, Legend of Dragoon, Suicoden 2 und FF9. Leider haben die Games immer mein komplettes Taschengeld gefressen. Ja, das kenne ich auf jeden Fall auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie meine Taschengeldentwicklung so richtig war. Ganz am Anfang, als ich anfing mit Taschengeld, habe ich, glaube ich, 2,50 Euro in der Woche bekommen. Dann waren das 5, dann waren das irgendwann 8 und dann waren es, glaube ich, irgendwann 12 oder 10. Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber ja, man hat immer schön drauf gespart. Wenn dann so eine Werbung kam, da war man voll dabei. Okay, wollte gerade sagen, ist das irgendwie, wird das irgendwie König Theoden oder wird das ein Bluttag, so die Rohirrim, ne, vor Minas Sirit? Man weiß es nicht genau, aber es wurde die Döner-Donation. Dankeschön, Sandor, vielen, vielen Dank für deine Donation. Das freut mich sehr, der Döner wird zeitnah verspeist werden, aber unsere Gruppe, die leidet gerade ein bisschen. Der ein oder andere meint, Spiel gecrashed, oh boys, es könnte eine heiße Immunerphase werden. Wir sind sehr gespannt. Wir sind sehr, sehr gespannt, aber solange noch 1, 2 Leute leben, die so ein bisschen Banger Gear mitbringen, ne, da wird das natürlich Döner-Spende, ey! Let's go! Oh man! Kennt noch jemand das PS1-Game Hugo? Ja, habe ich selber nie gespielt, hatte mein Cousin aber immer mit diesem, was war das so, Wichte, Kobold, ne, irgendwie in diesem Dreh. Ja, kenne ich auch noch sehr genau. Hatte mal mega lang keinen Interwebs nach dem Umzug und habe oft Smash auf der Wii gespielt. Und habe mir dann irgendwann einfach Kirby genommen und alle Gegner eingesaugt und die verschiedenen Formen gemalt. Ja, das ist auch diese andere Form von kreativer Bewältigungstherapie, oder? Nice, aber auch da, siehste, da schon angefangen wüst rumzumalen. Interessante Sache. Ich weiß gar nicht mehr, was so mein allererstes Game war, wenn ich ehrlich bin. Was war denn mein allererstes Game? Also wir hatten ja eine N64 und da war auch Pokémon Stadium und Mario Kart und so und irgendein NBA-Game, das war schon alles voll dabei. Aber das waren nicht so meine Games, ne? Die waren halt so dabei, das waren so die N64-Dinger, die dein Vater dann quasi mitgebracht hat. Und die hat man dann natürlich gezockt und verschlungen, aber mein erstes richtiges Game war dieses Bugs Bunny-Spiel. Bugs Bunny, Lost in Time, glaube ich, mit der Karottensaft-Zeitmaschine, wo man unterschiedliche Epochen besucht hat, Mittelalter und so. Und das war auch so krass. Holy Shit, das war so ein krasses Game. Ich habe jetzt noch die Musik im Ohr von manchen Epochen. Da hatte man so irgendwie die Mafia-Zeit in England und man hatte, also ein bisschen verzerrt mit den Looney Tunes natürlich, die Steinzeit dann davor. Und noch irgendwie, was weiß ich, Mittelalter mit Hexen und so ein Kram und das war mega, mega wild. Also Mafia-Zeit, ne? So Detektive und so. Und das war so ein krasses Game. Boy, wenn die das mal remaken, Wahnsinn. Da haben wir auch so lange dran gesessen, weil das war so ein bisschen Jump'n'Run, aber man musste auch einen Haufen Zeug looten. Man musste immer so goldene Karotten sammeln und dann konnte man neue Zaubersprüche lernen und... Oh Junge, das war wirklich übertrieben krass damals. Holy Shit. Mein erstes Game war Kirby Mouse Attack. Ja, Kirby ist auch so eine Figur natürlich, ja. Die bei vielen sicherlich auch ein Anfang-Auslöser war. Oh ja, das Game. Nie irgendwie zu Ende gespielt, weil die PS1 das Spiel nicht mehr erkannt hat. Ja, ich hab das, glaube ich, auch nie zu Ende gespielt, weil ich ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr wusste, wie es weitergeht, ne? Wo soll ich jetzt noch eine Karotte finden und so? Wie soll ich da rankommen? Guides und irgendwelche drölfzig YouTube-Videos gab's nicht, ne? Und dann, naja, spielen wir halt doch wieder Mario Kart oder was auch immer. Pokémon Stadium damals. Alter, meine Augen, wie sie geleuchtet haben, als sie meine Pokémon auf dem TV in so einer Grafik sahen. Und man dachte, boah, krass, wie kann das jemals noch besser werden, ne? So ein eckiges Gengar und so. Etwas zur Verwirrung. Es könnte sein, dass in Zukunft etwas auf dich zukommt. Oha. Halte Augen und vor allem Ohren offen. Döner auf Nacken, Putschamp. Oha. Okay. Ich bin gespannt. Meid, ich hab ein bisschen Angst. Hab ein bisschen Angst. Dankeschön für deinen Teaser, I guess. Und natürlich für deine Donation. Vielen Dank, vielen Dank. Mein erstes Game werde ich nie vergessen. Hokus Pokus, der Zauberlehrling. Damals noch im MS-DOS-Modus. 2D-Pixel-Jump'n'Run mit sarkastischem Lehrmeister und roten und weißen Pixeln für Blut. Beste Oh Boy. Ja, das ist dann wirklich schon die ein oder andere Minute her, ne? Mein erstes Game war Anno. Oh, ja. Anno hatten wir dann auch sehr, sehr zügig. Ich hab immer nur das Tutorial gespielt, wo man so mit Kanonen die Festung kaputt machte. Bin nie irgendwie ansatzweise dahin gekommen. Aber Anno war halt auch sehr, sehr fresh. Super Ghosts and Ghouls war eins meiner ersten. Zusammen mit Contra und Super Mario World direkt mal etwas Hardcore eingestiegen. Ja, war krass, ne? Wo so wirklich die Anfänge zum Teil liegen. Und es doch häufig dann dasselbe ist, was aber auch daran liegt, dass es ja die Auswahl nicht gab. Allein wenn du guckst, wenn du heute sagst, yo, ich möchte gern mit einem MMO einsteigen. Ja, dann viel Spaß, erstmal eine Marktanalyse durchzuführen, was gerade da ist, was rauskommt und so weiter und so fort, ne? Und damals hattest du halt CSGO, Warcraft 3 und dann noch ein paar Games irgendwie für die PS1 und für den Gameboy. Das waren dann deine Optionen. Das ist ja auch gar nicht mehr zu vergleichen. Hatte damals als Kind Angst vor dem ersten Prince of Persia. War mega gruselig, wenn der in die Stacheln gefallen ist. Yo, das hatten wir noch auf Diskette. Der erste Rechner, den wir hatten, das war noch alles mit Disketten und so. Und das war Lemminge. Lemminge, grüne Haare, blaue Robe, glaube ich. Und du musstest immer gucken, dass sie nicht sterben. Hattest dann welche mit Spitzhacken, welche, die du als Wegbegrenzer aufstellen konntest, dass sie nicht runterfallen und musstest sie dann immer zum Levelausgang führen. Und den Prinzen, den hatten wir auch. Ja, das waren so die beiden Disketten, die wir da, glaube ich, hatten. Sehr fresh. Gibt es heute noch Scribble? Höchstwahrscheinlich, ja. Erstes Spiel, keine Ahnung, wie es hieß. Das war noch auf dem Commodore C64 oder dem Amiga 500. Da ging es bei mir los, Mitte der 90er. Und dann kam Schlag auf Schlag Gameboy Super Nintendo. Ja, das war ja dann auch der Boom. Zack und Attacke. Sehr, sehr wild. So viele Döner-Donations wie Kraft kriegt, wird er bald bei Mein Leben mit 200 Kilo dabei sein. Oh boy. Sag doch sowas nicht. Jetzt habe ich noch mehr Angst. Sad. Mein erstes Spiel war Ice Climber auf dem NES. Ich weiß auch noch Yeti Sports. War aus dem Browser Game, was wir immer mega gezockt haben, wo man so Pinguine mit so einer Eisbahn schießen musste, wie weit springen. Nur halt mit Pinguinen, die man wirft und so. Wild, ne? Was so echt die ersten Sachen waren. Egal, ob jetzt Rechner oder Konsole. Sind schon coole Sachen dabei. Ich habe die Hexer-Schultern, Freunde. Wenn die jemand haben möchte, könnt ihr super gern bei mir abholen. Die sind auch lecker, oder? Das sind schon wirklich coole Teile. Muss man fairerweise dazu sagen. Special Christmas Lemminge hatten sogar Weihnachtsmannmützen auf. Na, gucke da. Die waren wirklich sehr speziell. Mein erstes Spiel war Pac-Man auf dem Atari 2600. Yo, Atari ist auch schon ein bisschen her. Cool. Ich hatte immer richtig Schiss bei diesem Yu-Gi-Oh! Spiel für die PS2. Ich weiß nicht, ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Was? Bei einem Yu-Gi-Oh! Spiel für die PS2? Da gab es aber auch sehr mystische Teile. Da gab es ja, die hatten das ja in Yu-Gi-Oh! dann irgendwie mit diesen Würfeln. Da gab es dann dieses Kapselmonster-Kolosseum oder so. Das war auch mal ganz interessant. Aber ey, da gab es so crazy Games. Du wolltest einfach nur Yu-Gi-Oh! spielen, eine Runde. Und dann hat es so noch irgendwie drölfzig Sonderregeln. Alles ganz, ganz weird irgendwie. Da musste man immer aufpassen. Wenn man ein Yu-Gi-Oh! Spiel kaufen wollte. Oh, da gab es ein richtig geiles mit den Götterkarten noch. Mit diesem Turnier hier mit Marek und Kaiba und so. Oh ja, ich weiß leider nicht mehr, wie das hieß. Im Zweifelsfall hieß es Duell um die Götterkarten. Das war für ein Game Boy Advance. So ein kleines schwarzes Kartenteil. Und boy, das war so geil. Das habe ich auch so gesuchtet. Da konntest du dann auch schon kurz von deinen eigenen Karten aus dem RL eingeben. Und die dir dann holen. Battle City Turnier. Ja genau, dieses Turnier meine ich. Und das war auch geil. Da habe ich dann schön meine eigenen Stapel durchforstet. Und die Codes da eingegeben. Mir die Karten geholt. Und die Decks gebastelt. Und ey, das hat auch Laune gemacht. Holy damn. Das habe ich auch rauf und runter gespielt. Mein erstes Spiel, was ich gespielt habe, war so ein Borgenspiel. Auf dem C64. Wo man zwei Borgenspiel hatte. Und sich gegenseitig mit Kanonen beschossen hat. Mein erstes Spiel, was ich selbst besessen habe, war Age of Empires. Und das erste Command & Conquer. Das sind natürlich auch Namen, die man immer wieder hört. Das stimmt. WoW kam bei mir sehr früh. CS kurz vorher mit 8 oder wie alt ich da war. Und dann gleich WoW. Ja gut, bei mir ging es dann natürlich auch recht schnell, ich sag mal, nach vorne. Wir hatten dann eine PC-Zeit mit Herr der Ringe, Schlacht und Mittelerde. Und dann hatten wir relativ zügig WoW. Und dann war irgendwann nur noch WoW. Ist das Gameplay überhaupt live? Nö, sonst würde ich jetzt zweimal hüpfen. Das ist alles schon aufgenommen. Lell, ne, das ist tatsächlich alles live. Freunde, ich habe eine wunderbare Lederhose. Non-set. Wer die noch braucht von Agrama, kann die super gern bei mir abholen. Fühlt euch frei denn. Und wir sind bei Argus schon wieder. Daumen drücken für die Sense. Da war ich auch voll enttäuscht, als ich mir das Yu-Gi-Oh! Spiel für den Gameboy gekauft habe. Das hatte komplett andere Regeln, als die, die du aus der Serie kanntest. Und dann wollte ich das nicht mehr spielen. Das war häufig der Fall bei Yu-Gi-Oh! Games, auch wenn Kumpels das hatten. Und man denkt so, boah geil, den mache ich komplett platt. Und dann wusstest du gar nicht, was gerade abgeht. Und auf einmal können Karten mit dem und dem Typ irgendwie nicht nur einen Angriffskraft-Bonus kriegen, sondern one hiten den anderen. Es war super strange einfach. Super, super strange. Hast du ein Spiel, das du mehr als WoW gespielt hast? Welches ist Platz 2? Boah. Mehr als WoW. Also ich bin gerade gedanklich bei Pokémon, aber da ist es dann halt so, der Gameboy liegt nebenbei rum. Und ich mache dann so Wundertausch oder so irgendwelche Online-Events. Deswegen habe ich da vielleicht auch ein Tausender in Game-Time, aber das ist dann so nebenbei beim WoW-Zocken. Witcher habe ich sehr lange gespielt, Dragon Age sehr lange, Bioshock sehr viel. Ja, kein Game, was auch nur ansatzweise an WoW rankommt. Auch in Ratchet & Clank, Ratchet & Clank 2 habe ich so rauf und runter gespielt. Ja, unglaublich. Das hatte ich so weit gespielt, da hat das die Stunden gar nicht mehr reinrechnen können in den Memory-Card-Slot damals noch. Aber das ist alles nicht ansatzweise mit WoW vergleichbar, dementsprechend. Wäre das eine Mischung aus vielen Games. Ja, das wäre so Pokémon, Ratchet & Clank, Dragon Age, Witcher, so all diese Games, die sich irgendwo dann die Klinke in die Hand geben, aber im Detail gar nicht konkurrenzfähig sind. Meine erste wahre Liebe war Diablo, bis ich dann endlich vor Diablo Himmelfahrt stand, der im Original sowas von ein kleiner Wicht war. Null Respekt, trotzdem viermal gewiped. Aber da war Blizzard bei mir auf dem Schirm mit allem, was da noch kam. Ja, das sind ja die Anfänge, die dann auch im Gedächtnis im Gehirn bleiben. Absolut. Achso, ich spiele leider noch kein WoW, dachte man müsste sich bei größeren Bossen eher absprechen, weil es sonst zu schwer wird. Da hast du an sich auch völlig recht, deswegen machen wir gerade alten Content. Da sehen die Bosse zwar noch ziemlich krass aus, aber das ist eben Content von vor zwei Erweiterungen, von vor vier Jahren oder so. Das machen wir genau deswegen, weil die immer noch Sachen droppen, die du für deinen Style nutzen kannst. Die Waffe, die der Boss zum Beispiel hat, diese fette Sense, die kann der droppen und dieses Erscheinungsbild der Sense, das können wir dann auf unser aktuelles Gear, auf unser aktuelles Equip quasi speichern. Deswegen hat das immer noch einen Nutzen, auch die alten Sachen zu rennen und da wir nebenbei ganz gerne reden und labern und quatschen, bietet sich das eben an. Dann machen wir quasi was, was nebenbei problemlos laufen kann, wo es immer noch Beute gibt, die uns zumindest vom Optischen her nutzen kann. Und ja, wir können eben schön ein bisschen quatschen, das immer so in unserem Sinne. Aber völlig richtig, bei den aktuellen Sachen, da dauern nicht nur die Kämpfe länger, sondern da musst du auch richtig aufpassen, was du gerade machst und was nicht. Von vor vier Jahren sagt das doch nicht so nonchalant. Das wäre auch schön. Jetzt fühle ich mich wieder alt. Ja, es hat mir auch wehgetan. Argus oder vier Jahre? Uh, belassen. Droppen die kein Gear, was einem weiterhilft? Nee, also im Sinne von Transmog. Transmog sind eben wirklich Items, hier habe ich so einen ganzen Kleiderschrank voll, ja, die du dann optisch auf dein aktuelles Gear pappen kannst. Wenn dir also die Rüstung nicht gefällt, die du jetzt gerade im aktuellen WoW-Content trägst, dann kannst du hier solche Sets hier sammeln aus alten Raids. Wir haben WoW ja jetzt 16 Jahre oder so, da sind einige Schlachtzüge und Erweiterungen natürlich zustande gekommen. Und die Bosse, die dann vor acht Jahren heftig waren, sind es heute natürlich nicht mehr, ja, weil die Chance und die Welt sich ja weiterentwickelt hat. Und dann kannst du da reingehen und das machen wir hier gemeinsam, sammelst hier diese Items zusammen, die damals droppten und kannst dann das Aussehen quasi umworfen. Aber wenn du jetzt im Add-on Shadowlands mit Stufe 60 eben einen Raid läufst, der damals, wo das Maximallevel Stufe 40 war, heftig war, dann bringt dir natürlich das Equip nichts mehr. Das wäre ja auch irgendwie ein bisschen blödsinnig, wenn du dann in alte Raids laufen könntest, ja, dann Bosse von vor sieben Jahren oder so umhaust und dann wirklich Rüstung bekommst, die dir was nützt. Da ist dann wirklich immer nur das aktuelle, der aktuelle Schlachtzug, der aktuelle Dungeon, das ist immer das, wo es dann auch wirklich das gibt, was, ich sag mal, deine Werte erhöht, ja, deinen Schaden erhöht, deine Heilung oder wie auch immer. Und in den alten Sachen gibt es so ein paar Erfolge zu machen, so ein paar Reittiere, die da droppen können und eben diese, ich sag mal, Style-Items, dieses T-Mock, was wir da jagen. Dankeschön fürs Anhandeln, da hat mir anscheinend auch noch ein Lookalike gefehlt. Ja, gucke hier, jetzt habe ich die nächste Rüstung fertig. So, das war quasi, um das nochmal ganz kurz an diesem Beispiel zu machen, das war jetzt vor vier Jahren eine heftige Rüstung, ja, aber die ist jetzt eben durch das weitere Entwicklungsgelöt des Games, was für eine großartige Grammatik, durch die neueren Sachen veraltet, ja, und nutzt jetzt eben nur noch für diesen Style-Faktor. Ob einem jetzt dieses Set gefällt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die einzelnen Teile bringen dir von den Werten, von den Stuts eben nicht mehr viel. Wenn man Gier aus allen Raids sammeln müsste, oh, das wäre auch krass, ja, da hätten wir ein bisschen was zu tun, glaube ich. Mir hat schon Legion gereicht mit den Set-Boni aus drei Raids, oh ja, schön den Zweier von allen, ne. Ah, belastend. Habt ihr die Sichel nur in blau bekommen, kommen die beiden random oder immer je nach Phase, also wenn Argus dann rot ist und die neue Phase ist, kann die rote Sichel droppen? Ähm, nee, es ist einfach so, dass die rote Sichel nur in mythisch droppen kann, die blaue Sichel, die kann aber in allen Schwierigkeitsgraden droppen. Wir hatten auch schon mal einen, der hat einfach direkt beide bekommen. Der hat Argus einmal umgehauen auf mythisch, hat die rote bekommen, weil die nur auf mythisch droppen kann und die blaue noch dazu, weil die ab LFR, am Schlagzugsbrowser droppen kann. Und demnach natürlich auch auf allen höheren Schwierigkeitsgraden. Aber es gibt jetzt keine Bossphase, die irgendwie den Loot in dieser Hinsicht, in dieser Richtung begünstigen würde. Das heißt, du hast entweder Glück oder halt einfach nicht. Das ist rein schwierigkeitsgebunden und daran orientiert sich auch die Farbe. War ja in mythisch vorgestern, habt ihr blaue mit dem Decay bekommen? Ja, weil die blaue immer droppen kann, quasi. Die blaue kann immer droppen und die rote nur auf mythisch. Und weil die rote nur auf mythisch droppen kann, schießt sie die blaue aber nicht woanders hin. Die blaue kann trotzdem ebenfalls droppen. Gibt aber ein Game aus meiner Kindheit, an das sich kein Schwein mehr erinnert. War auch ein DOS-Game mit so einer Raupe oder Schlange, die sich durch ein Labyrinth kämpfen muss. Auch mit Items und Schlüsseln oder so. Aber ich kenne niemanden, der noch weiß, wie es hieß. Und das macht mich traurig. Ich habe auch leider gar keinen Dunst, was du gerade beschreibst. Aber ja, vielleicht kennt es wer. Vielleicht sagt jetzt wer, ey, ich weiß ganz genau, was du meinst. Wild. Hat nichts mit den Phasen zu tun. Nee, nee, nee. Das ist wirklich einfach geringe Dropchance und eben schwierigkeitsgebunden. Wir gucken uns noch ein bisschen T-Mock an. Und dann wollten wir noch eine Runde Skribbeln zum Abschluss, habe ich mir sagen lassen. Weil dann sind wir nicht genau an unseren drei Stunden dran. Aber T-Mock, wenn ich die Reihe hier sehe, dauert jetzt bestimmt auch nochmal 10, 15 Minuten. Und dann müssen wir ja jetzt nicht komplett tryharden oder so. Wir haben Galiana am Start. Ach gucke, mit einer blauen Sense in einem wunderbaren Paladin-Set. Das dürfte die Nachtfestung sein aus Legion. Funktioniert natürlich farblich und auch skalierungstechnisch sehr, sehr gut an einem Drehnei. Und dazu dann die blaue Sense, die ich jetzt nicht unbedingt fühle, muss ich sagen. Farblich thematisch mit diesem Set. Aber sie macht eben ein bisschen was her. Sie splittet dieses ganze Gold nochmal ein bisschen auf. Und hat natürlich selber einen goldenen Griff dabei. Also da kann man natürlich auch nochmal so ein paar Bezüge finden, so ein paar Verbindungen ziehen. Und ich muss vor allem mein Pet mal wegziehen. Ansonsten läuft das hier ständig durchs Bild. Finde ich insofern interessant als Kombination. Ja, kann man machen. Aber ich rechne immer bei so einem leuchtenden Paladin-Set dann, also leuchtend Gold auch mit einer leuchtend-golden Waffe. Und deswegen bin ich da immer erstmal ein bisschen verstört, wenn es was anderes ist. Aber klar, die Sense hat auch so goldene Elemente und bricht das mit dem dunklen und vor allem diesem blauen so ein bisschen auf. Und das ist eigentlich eine ganz coole Nummer, ja. Absolut. Wir haben als nächstes Eronak als Worgen-Schorke, würde ich mal spontan meinen. Jawohl. Mit schönen grün-giftigen Essenzen, die aber eigentlich dem Dämonenjäger gehören. Also hier haben wir Non-Set-Schultern, ebenfalls aus Legion. Viele Teile, die sich da dann dran anpassen. Mit diesem Gold, hier so ein bisschen was von der Traditionsrüstung. Der Gelneas-Wappenrock, hier wieder Legion-Gürtel. Auch die Handschuhe, ja, eben dieses Schwarze, dieses Dunkle. Dann aber auch diese goldenen Elemente, diese feinen Linien, diese feinen Stickereien. Und das dann abgerundet nicht nur mit schön illusionierten Leuchtedolchen, sondern auch mit diesem solchen Rucksack aus Maldraxxus. Vom Rare Mob Blubberblut. Bubble Blood, glaube ich, im Englischen. Kann man sich mal gönnen, es immer nördlich vom Theater zu finden. Sehr, sehr cooles Set. Ich mag auch die golden leuchtenden Augen und die schwarze Fellfarbe dazu. Definitiv mal etwas anderes, ja. Und etwas, was auch wirklich dem Schorken gerecht wird, würde ich sagen. Wir haben Stwag am Start mit Wolf. Nice. Kreativ des Todes. Ach, und da ist jemand im TBC-Fieber. Sehr, sehr schön. Das TBC-PVP-Set, was ich auch immer vollständig haben wollte, das finde ich heute noch so schick. Ja, diese Hirnchen, dieser dämonische Helm, muss man ja fast sagen, auch mit diesen chaotischen, mit diesen feurigen Energien. Sehr, sehr cool. Und dazu ein fetter Zweihänder, der auch feurig leuchtend daherkommt, das Ganze ein bisschen aufbricht, ja. Finde ich auf jeden Fall super cool und ist natürlich ein Set, was man als Santa auch einfach haben will. Auch ohne den Helm, ja, allein wenn wir uns die Schultern angucken. Relativ gut gealtert, würde ich sagen. Und auch heute, denke ich, mit vielen, gerade dunklen oder auch grünen Tönen. Sehr schön kombinierbar. Wir haben Wolfslied. Oh boy, du bist ein Krieger, ne? Mit zwei Stäben. Schön im Prophet-Villain-Stil. Junge, Hauptsache es leuchtet. Hauptsache es ist lila. Hauptsache es ist einer der schlimmsten Helme an einem Vork, die ich, glaube ich, je gesehen habe. Schaut euch das mal an. Da weiß man gar nicht, wo fängt die Mähne an, wo hört der Helm auf. Oh Junge, ich finde die Kombi super interessant. Es ist mega auffällig. Es ist sehr einzigartig. Wir haben überwiegend Teile, die ja auffallen aus der Schwarzwelzgießerei. Vom Paladin Z mit diesen lila Leuchtekristallen. Dann, wie gesagt, diese kristallinen Stäbe, die wir vom Propheten der Drehnei kennen. Ja, und so ein paar allianzlastige Teile, ich würde sagen von der Arati Warfront, gepaart mit einigen Palateilen aus Antorus. Also Hauptsache dieser goldene Aspekt, ja, oder dieses weiße, dieses beige, kommt hier eben zur Geltung und wird von diesen ganzen Kristallen entsprechend abgerundet, ja. Und das ist schon wirklich ein super einzigartiges Set, was mir aber fast zu einzigartig ist, Lul. Dennoch Props für diese Kombination. Ja, also rein objektiv sehr, sehr fresh. Ich habe noch einen N64 zu Hause. Leider kommt beim TV nur selten ein Signal an. In einigen Foren steht, dass das Signal des N64 zu schwach ist. Hat jemand von euch eine Idee, wie man das Signal verstärken könnte? Will mir keinen Röhrenfernseher kaufen? Habe ich leider gar keinen Dunst. Aber vielleicht ist ja der ein oder andere Experte gerade wach geworden und hat da irgendeine rettende Idee. DJ Monkey, Hallöchen, Grüße, Grüße. Wir haben Tel Drissa als Druiden, nehme ich an, jawollo, in einem etwas, ich sag mal, düsteren Set, ne. Oben selbst diese Blätter schon so ein bisschen am Welkwerden, ja, so ein bisschen am Vertrocknen. Und dann haben wir auch hier jetzt nicht die natürlichen Farben, ne, so sattes Grün, erdiges Braun, wässriges Blau, sondern schon so, ja, irgendwelche Olivgrünen, ja, ein bisschen vielleicht auch eher vertrockneten, verdorbenen Aspekte, wenn wir jetzt auf die natürlichen Farben so ein bisschen ummünzen wollen. Ja, dann sind die da schon erkennbar, das Druidische, aber eben wirklich so ein bisschen dieser verdorrte Aspekt. Gerade auch mit der Sense natürlich, Drustmagie, ja, Verderbnis, Todesenergien, ein abgestorbener Druide, sehr schön. Ja, das kommt auf jeden Fall hin und auch das gehört zum Kreislauf, auch das gehört zur Natur. Deswegen finde ich es an sich sehr, sehr cool. Mag die Kombi aus, zum Beispiel BFA und Shadowlands teilen ganz gerne. Findest auch schön, diese Schuriken-Gürtel-Teile, diese Schnalle, ne, mit reingenommen zu haben vom Schorken. Und finde den Verlauf, den wir hier beobachten können von den Farben, wirklich sehr, sehr cool. Und mag auch hier die Details, ne, irgendwie ein bisschen alten Pflanzensaft noch mitgenommen oder ein bisschen Gift, ne. Man ist halt verdorrt und vertrocknet unterwegs und das mag ich eigentlich sehr, sehr gern. Cooles Set, definitiv mal was anderes. Wir haben Meliodas am Start. Jung, oh boy, vor allem auch mit dem Schwert so, ne. Das feiere ich ja sehr. Die Sins sind am Stizzle. Sehr cool als leeren L. Viele, viele braune Teile kombiniert. Ein bisschen Goodall-T6, ein bisschen Goodall-T10, ne. Und dann eben Teile, die, glaube ich, nicht mal einem Set angehören, die aber farblich gerade auch in Votica-Manier, ja, zu diesen Teilen und Farben passen. Die hier natürlich den Oberkörper dominieren. Und dann die brennende Klinge, leider abgebrochen. Konter-Total geht an dieser Stelle raus, wie gleichermaßen rein. Sehr, sehr coole Idee. Das Ganze jetzt hier noch gepimpt mit den Flügeln, mit dem Spielzeug vom Dunkelmond-Jahrmarkt. Bringt natürlich dieses feurige von der Titanen-Klinge-Tescherlach auch nochmal ein bisschen mehr in den Fokus. Sehr, sehr cool. Coole Idee. Oh, und wir haben gleich den zweiten. Der Sengel-Bengel, ja, ist ja auch am Leuchten. Mit der Hosenschlange. Dann packt die aber schnell wieder ein. Und der ist wirklich on fire, ne. Das blöde brennende Schwert wollte ja nicht droppen, ja, deswegen hast du die blöde brennende Axt genommen. Der geschmolzene Schlechter ursprünglich aus der Schwarzfelsgießerei vom Schmelzofen. Ich glaube aber mittlerweile auch erhältlich als lookalike, als Umfärbung von den Insel-Expeditionen. In BFA haben sie das Ding ein bisschen gerecolored wieder reingebracht. Wir haben oben diese leuchtenden Stacheln, ne, das ist Krieger-Nachtfestung. Wir haben ein bisschen was vom Krieger aus den Feuerlanden, ein bisschen was vom Todesritter, ein bisschen was vom Paladin und alles Hauptsache rot, aber auch ein bisschen düster durcheinander gemixt. Wir haben nicht dieses helle Feuer, wie es die Flügel hinten haben, sondern eher dieses Dunkle, ja, dieses Dunkle, dieses Aufbrechende, so dieses, ja, vielleicht auch Lava- oder Magma-artige, was sich hier so durch diese Steinplatten kämpft. Finde ich an sich sehr, sehr cool, finde es auch überraschend gut skaliert hier gerade am Zwerg und mag es eigentlich ganz gern, auch die Waffenwahl, weil sie, denke ich, zu diesem Aufbruch, gerade auch im fetten Gürtel, sehr, sehr gut passt, ne, dieser Ausbruch, der eben gerade beim wütenden Krieger dann kurz bevor steht und das kann sie auf jeden Fall sehr gut sehen lassen. Nice. Wir haben Irel am Start mit Mörkidan, Grüße gehen raus, der gute Mörkidan, der wahre Endboss, was geht. Und die gute Irel hat eine wunderbare Allianz-Rüstung, ne, wir haben hier diesen blauen Sabalatz von Anduin persönlich, Lul, wir haben schön die Kyrianer-Flügelchen dazu, wir haben diese fetten Marmorschultern, ja, richtig geil, mit dem Löwen am Start. Oh, und da sind wir natürlich im tiefsten BFA, ja, also die Flügel sind Shadowlands, aber tiefstes BFA, Aratibecken, Kriegsfront dazu hier, nicht den Hidden Skin, sondern den Mage Tower, den Magier-Turm-Skin von unserem Schutz-Pally-Artefakt. Sehr, sehr schön rundet das Ganze, denke ich, wunderbar ab, auch mit dem Leuchten, auch mit den leuchtenden Spitzen hier bei diesem Morgenstern und das ist einfach ein sehr, sehr schönes, ein sehr Allianz-lastiges Set, ja, was, denke ich, auch super am Drehnei funktioniert. Daniras, hallöchen, Grüße, apropos am Drehnei funktionieren, ich bin auch dabei, nice, ich bin ja Todesaffen-Pirat, man kennt mich, was soll ich sagen, Spellkasten, vorhin super abgerissen, ja, E.O. Na, erste Runde, sauber wie sonst was, jetzt hast du aber leider deine ganzen Klamotten verloren, das ist ärgerlich, ich weiß nicht, wer von den Kollegen die versteckt hat, aber das finden wir schon raus, wunderbare Sense aus dem Artenwald, von diesem einen Drust-Rare-Mob gibt's die zum Beispiel, in der Nähe von der Welt-Quest, wo immer mit Lady-Mond-Beere rumgeflogen wird, da ist ja so ein Drust-Kollege, der droppt die Sense, sehr, sehr cool und dann noch Farbentsättchen mit der Shadowlands-Vorbesteller-Illusion, dann haben wir hier so ein kleines Magiestoff-Höschen und die schönen hochgezogenen Stiefel, Junge, so nenne ich das jetzt einfach. Ja, es ist mir ein bisschen zu wenig, für mich wäre es ein bisschen zu wenig, ja, es ist natürlich, könnte man jetzt sagen, schöner Kontrast, die lichtgeschmiedete Dreneidame mit dieser schwarzen Unterwäsche, aber das ist dann, glaube ich, auch der einzige Kontrast, den man dann noch rausinterpretieren kann, ist natürlich ein besonderes Set, ja, ein sehr besonderes Set. Snow, Hallöchen, Grüße, gut, liebe Leute, ihr habt gesagt, wir machen noch eine wunderbare Runde Scribble und das können wir sehr, sehr gerne tun, denn einen dritten Run, den werden wir heute nicht schaffen, zumal wir heute Abend auch noch eine Runde Pokémon Snap wieder spielen wollen, deswegen bin ich einfach eiskalt dagegen, die WoW-Stream-Zeit heute endlos noch in die Länge zu strecken mit 50 weiteren Runs, Lul, und ich denke, es waren ja zwei sehr, sehr schöne Runs, zwei sehr flüssige Runs und auch zwei Runs mit sehr, sehr schönen Mock. Am Ende, was habe ich denn hier verpasst? Maharijuana, aka Arthas auf unbesiegbar.